Hallo liebe Freunde, hier ist Fest und Flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Scholz. Wir grüßen euch ganz lieb. Es ist ein ganz schöner Sonntag und ihr habt uns wieder eingeschaltet. Wir sind euch sehr, sehr dankbar. Inzwischen haben wir schon wieder März. Es ist 2019 März. Heute ist der Jan. Ja, ich kann dir helfen. Ich habe recherchiert. Heute ist der 17. März. Herzlich willkommen zu Fest und Flauschig diese Woche in bäriger Stimmung. Ja, wir sind in Prosecco-Laune. Wir sind in Prosecco-Laune. Es ist ein wunderschöner, regnerischer Vormittag hier bei mir in Berlin. Schöneberg hätte ich fast gesagt, aber es ist ja gar nicht an der Grenze von Schöneberg zu Mitte. Ja. Ist das? Du bist doch jetzt länger schon in Berlin. Ist Schöneberg schon Mitte? Und Schöneberg ist nicht Mitte. Schöneberg ist ein ganz eigener Bezirk, so im westlichen Teil von Berlin. Mitte kommt dann, grenzt so langsam an. Das wird aber durch die Hauptstraße und die Querstraßen und der Spree alles so ein bisschen getrennt. Schöneberg ist sehr unabhängig. Es ist ein ganz eigenes Viertel, in dem man sich, sage ich mal, auch bewegen kann, ohne die anderen Viertel zu kreuzen. Ich habe den Eindruck, man kann sich in Schöneberg auch bewegen, ohne mit dieser heteronormativen Welt... Ohne... Man kann sich in Schöneberg also bewegen, ohne heterosexuelle Menschen zu treffen. Das stimmt. Über Jahre hinweg. Genau. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig. Olli, in welchem Teil von Berlin bist du denn gerade eigentlich? Warum sind wir nicht zusammen in Berlin? Weil ich immer noch hier in Charlottenburg wohne, wo ich schon seit Jahren wohne. Oh, da gehe ich gar nicht mehr hin. Da gehe ich gar nicht mehr hin. Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Zu hip. Zu hip. Ich habe gedacht, wir fangen heute mal die Sendung mit ganz leichten Themen an. Ja. Und machen mal wieder eine leichte Sendung und geben dieser Sendung auch mal einen leichten Namen. Ich habe den Sendungstitel noch nicht, der wird uns bestimmt einfallen, aber es gibt so viele kleine Sachen, die ich heute mit dir besprechen wollte. Ich habe mir mal richtig kleine Notizen gemacht, Jan. Oh? Das gibt es gar nicht. Und ich war gestern Abend, wollte ich sagen, auf einem Konzert von Florence and the Machine. Kennst du die eigentlich, Florence? Ja, kenne ich. Und ich habe gestern von mehreren Leuten, die ich alle cool finde, und du hast auch was gepostet, aber die waren alle da, in der Mercedes-Benz Arena. Alle waren da. Daniel Brühl war da gestern auch. Das gibt es doch gar nicht. Leckomir. Ist der nicht in Spanien oder in der Tapas-Bahn? Muss der nicht irgendwie die Feigen Dattel ins Speckmantel einhöhlen? Der ist auf einer kleinen Dattel im Speckmantel rübergeflogen. Genau. Der war auch da. Alle waren sie da. Ich muss aber sagen, mir war es zu groß. Mercedes-Benz Arena. Ich habe Florence and the Machine schon zweimal vorgesehen. Es war mir einen Ticken zu groß. Und jetzt kommt es. Ich bin ja kein Typ, der Konzerte mitfilmt. Und dann habe ich einmal das Handy draußen um zehn Sekunden zu filmen für meine kleine Instagram-Story, um anzugeben, dass ich da war. Und genau in dem Augenblick sagt sie, bitte alle Handys weg. Und ich habe genau, also Olli Schulz steht dann als einziger mit dem Handy fast da. Das war mir wahnsinnig unangenehm. Aber es war wirklich bad timing gewesen. Es war ein tolles Konzert. Und vorgestern, das war die große Frauenrockwoche, war ich bei Lina Larissa Strahl, die Darstellerin von Bibi, die ja seit längerem Musik macht, und war da auf dem Konzert, Jan. Auch das habe ich in deiner Instagram-Story. Das war die große Olli Schulz-Konzertwoche. Ich fand beim Florence and the Machine-Konzert diesen riesigen Mercedes-Stern unter der Decke in der Arena, finde ich einigermaßen obszön. Ja, aber irgendwie sieht er geil aus, wenn er angeleuchtet wird. Wenn man jetzt mal von der Marke weggeht, sondern einfach dieser riesige Stern, das ist doch, das ist ja auch eine deutsche Wertmarke, weißt du? Ja, weißt du, ob jeder Künstler, der langsam vorbei ist, die deutsche Wertmarke. Wir versuchen dieses Image mit diesem riesigen Stern dann noch in Berlin am Leben zu halten. Auf alle Fälle, jeder Künstler, der dort in der Halle spielt, muss sich beugen vor dem Stern, der über ihm ist. Ey, da fällt mir gerade ein, ich war in Mannheim, als ich auf Tour war vor anderthalb Monaten, da bin ich durch Mannheim gelaufen, um mir diese wunderschöne Stadt ein bisschen auf mich wirken zu lassen. Und da bin ich ganz lange, da gibt es irgendwie so einen Turm in der Mitte, ich glaube so ein alter Wasserturm. Das ist auch, glaube ich, der Ort, wo man in Mannheim Leute hinführt, um einem zu zeigen, dass Mannheim einigermaßen schön ist. Und direkt gegenüber von diesem Turm ist so ein Denkmal für den, wie heißt der, Karl Benz, der Erfinder von, das Benz-Denkmal steht da, weil wohl in Mannheim die ersten Strecken gefahren wurden. Zwischen Mannheim und die Teststrecken der ersten, und Bertha Benz ist da mit dem, wie damals schon, die Weiber wieder mit den dicken Karren ihrer Typen rumgefahren. Nee, in Wirklichkeit hat die das ja, hat die das natürlich maßgeblich vorangetrieben, supported und so. Und da ist ein großes Denkmal gewesen. In seiner Instagram-Seite damals von Karl Benz gemacht, die Bertha. Ja, genau, genau. Und ich habe aber gedacht, ist das nicht schade, da hat Mannheim jetzt gerade mal was gefunden, worauf es so richtig stolz sein kann. Ansonsten hat es die Stadt wirklich hart getroffen. Erstmal die Menschen, dann diese Nähe zum furchtbaren Heidelberg, auch, ich meine, überhaupt in diesem Teil von Baden-Württemberg, in Baden-Württemberg selber möchte man ja schon nicht sein. Aber in diesem Teil von Baden-Württemberg, der sich nicht so richtig entscheiden kann, warum sind die nicht wenigstens Hessen? Ja, die Leute sind aber herzlich. Ja, ich weiß. Man weint zweimal in Mannheim. Einmal, wenn man da hin muss und wenn man das wieder verlassen muss. Das ist ein Spruch, den man gerne über ungeliebte Städte sagt. Man sagt genau diesen Spruch immer, man weint zweimal. Es ist eine kleine, kleine Neckerei. Da hängt übrigens, mir hängt eine Neckerei aus meiner Sendung. Ich habe zur Anmoderation, weil irgendwie, ich habe einen Witz gemacht über Bushido, dass Bushido jetzt auch Gendersprache macht und immer Fotzen und Fotzenen sagt. Was sagt er? Nee, als Gag habe ich das in der Sendung gemacht. Das war aber der letzte Witz, bevor ich übergebe ans Orchester. Da habe ich gesagt, ja, Bushido sagt ja auch immer Fotzen und Fotzenen. Apropos, hier ist das Rundfunk-Kanz-Orchester. Ich muss mir ganz kurz, ich habe wirklich, ich denke da seit zwei Tagen drüber nach, es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Das kam, glaube ich, ich glaube nicht, dass das alle in der Band gut fanden. Sie sollen sich mal alle nicht so anstellen, weil die kann froh sein, dass wir jede Woche spielen dürfen. Nein, es hat sich keiner beschwert und es wird sich auch keiner beschweren. Es war wirklich nicht so gemeint. Ich habe nur gedacht, das ist vielleicht ein bisschen over the line gewesen. Ach, Fotzen und Fotzenen und dann, weil das sind ja wirklich, die liefern wirklich jede Woche ab, muss man echt mal sagen. Machen Sie. Und deswegen sind es auch deine Lieblingsfotzen und Fotzenen. Jan, ich wollte aber eine Sache. Lieb gemeint. Ganz, ganz lieb gemeint. Ganz liebe Grüße auch von mir. Ich wollte eine Sache zu deiner Tour nochmal mit dir besprechen. Da habe ich seit ein paar Wochen, liegt es mir auf der Seele, du hast einen großen Fehler gemacht mit dieser Currywurst-Testaktion. Also wenn du ein richtiger Tourtyp bist, man kann die Qualität eines Hotels nicht in der Currywurst, die gab es übrigens vor zehn Jahren noch gar nicht im Service, sondern am Club-Sandwich macht man das aus. Ganz ehrlich, also ich mache das seit Jahren, wenn ich in einem Hotel bin, dann checke ich das Club-Sandwich. Und wenn das Club-Sandwich gut ist, dann weißt du, dass in der Küche noch Gas gegeben wird. Manchmal sind die Club-Sandwich, ja. Ja, ja, du hast recht. Club-Sandwich ist einfach nur mal, das sind verschiedene Lagen, die da gemacht werden müssen. Und wenn das Brot schon außen so ein bisschen trocken ist, dann heißt das, die Club-Sandwich wurden schon am Tag über fertiggestellt und sind irgendwo im Kühlschrank gewesen. Das ist schwach. Wenn es aber mit einer warmen Putenbrust ist und frischem Baken, dann weißt du, dass da nachts noch irgendwie der Koch am Ackern ist. Und das finde ich gut. Und eine Sache ist mir aufgefallen, dass ich war mal in Bonn in so einem teuren, also von einer Telekom, so einem Hotel, wo, glaube ich, die Manager zum Brumsen immer hinfahren, wenn sie ihre Ehefrauen betrügen. Das ist so ein Telekom-Hotel. Das heißt, dass... Nicht den Namen nennen. Dann schicken die uns eine Tüte mit Hotels. Ja, oder ein Groupon, ein Groupon oder wie das heißt im Internet. 20% off, wenn sie bumsen wollen bei uns, die kriegen hier 20% günstiger das Zimmer oder es werden abgegradet. Genau, da habe ich übernachtet und habe mir jedenfalls nachts noch mal das Club-Sandwich bestellt. Und dann sagte die Frau an der Rezeption, ja, dauert ungefähr eine halbe Stunde, ich bin heute Abend hier alleine. Und dann weißt du, dass die Frau, die deine Nachtschicht hat, dass das Hotel nicht so gut läuft, wenn die abends auch noch das Club-Sandwich machen soll, dann hat die so eine Doppelausbildung bekommen. Das fand ich wahnsinnig besonderlich. Ja, und wenn das die Frau an der Rezeption ist, die dann auch das Essen hochbringt oder zubereitet, das habe ich mir aber immer gedacht, bei den Nudeln, die man da abends bekommt, ob das quasi was ist, was dann wirklich noch die Hiwis machen. Die Köche sind schon längst nach Hause gelaufen, machen das die Hiwis und dann zieht das irgendwie das Club-Sandwich, wird dann in der Rezeption durch die Laminiermaschine gezogen oder durch das Fax mit dem Fax getoastet oder sowas, weil man keinen Bock hat, in die Küche zu gehen oder auch gar keinen Schein hat. Ich weiß gar nicht, ist das noch so im Gastro-Bereich, dass man noch in einen Becher scheißen muss, um überhaupt einen Gastroschein zu bekommen? Keine Ahnung, aber ich glaube... So Urban Legends, um uns wahrscheinlich in Bremen-Nord aus dem Gastro-Bereich fern. Ja, ich habe immer gehört, wenn man in der Gastronomie arbeiten möchte, muss man vorher so ein Gastro-Zeugnis machen oder so einen Schein machen, dass man hygienisch einwandfrei ist und dann muss man immer in einen Becher scheißen. Und der wird untersucht, der Besser-Becher oder was? Ja, die Kacke wird untersucht, ist ja klar. Und ob man da irgendwie Würmer hat oder sowas. Oh ja, wenn du schon sagst... Ja, du kannst ja einfach so in die Küche reingehen und dann da irgendwie Essen zubereiten für Leute, professionell, das geht ja nicht. Und ich habe gedacht, ob das vielleicht so ein vorgeschobener Vorwand war, um bei uns früher in Bremen-Nord den Gastromarkt sauber zu halten von den ganzen versifften 17-jährigen Gymnasiasten, die auch immer alle irgendwie einen Lieblingsclub bedienen wollten und im Restaurant mal Pizza machen oder sowas. Das wollte der Chef immer selber machen. Gibt es diese Gastro-Scheine wirklich? Meinst du, dass Tim Raue, Tim Melcher und all die anderen Großen, der Lafer und so, dass die alle mal einen Becher geschissen haben, bevor sie jetzt da angekommen sind, wo sie jetzt sind? Weil dann ziehe ich meinen Hut für den Job. Und es ist so ein Gastro-Schein, so ein Schein, den man einmal mit 18 macht und dann behält man den. Und wie groß ist der Becher? Ist das ein spezieller Becher? Two Cooks in one cup. Ich glaube, du musst regelmäßig ein Gesundheitszeugnis vorlegen beim Gesundheitsamt. Ich meine, wir sind immer noch in Deutschland. Weißt du, das Einzige, was man hier machen kann ohne Bescheinigung, ist Kindererziehen. Das stimmt. Ansonsten gibt es ja nicht viel, was man noch machen kann. Wir sind auch alle... Ey, Jan, was ich noch sagen wollte, ne? Ja? Justin Bieber geht es gerade nicht so gut. Ich habe das gesehen, er musste ein Füßelfoto bei Instagram hochposten. Da habe ich schon gedacht, da ist er psychisch, glaube ich, an seine Grenzen gestoßen. Neulich hatte ich Besuch hier und wir saßen so zu fünft am Tisch und alle... Justin kam? Und einer guckte so aufs Handy und auf einmal blickt er so rum und meint so, ey Leute, Justin Bieber geht es nicht so gut. Und ich so, alle so, okay. Und da habe ich das auch mir angeguckt und er bittet seine Fans für ihn zu beten. Das finde ich auch, das ist so eine neue Art von Hilfestellung, dass man jetzt als großer Star, das ist ja momentan der Große, jetzt schon nach Hilfe sucht. Vielleicht weiß er auch, dass da bald eine Doku über ihn rauskommt. Oh Gott, die Doku, Jan, wir dürfen da nicht... Wollen wir darüber auch heute nochmal eigentlich reden? Erstmal müssen wir den Bann der letzten Woche brechen. Uns ist nicht eingefallen, wie so eine Firma heißt. Seeberger! Ja, genau, es gibt aber noch andere Firmen, es gibt noch, keine Ahnung, Farmers, Market oder... Es gibt alle mit. Farmersnack und Ölchen und so, es gibt ganz viele andere auch noch. Gunders kleiner Nuss-Service, es gibt alles. Es gibt die Nuss-Company zum Beispiel auch in Berlin und es gibt wahnsinnig viele Läden, ja. Ja, aber das hat viele Leute wahnsinnig gemacht. Ich glaube, einschließlich die Seeberger oder die Abteilung der Marketingabteilung, die das irgendwie zu verantworten hat, dass wir uns den Namen nicht so richtig merken können. Und viele Leute haben mir geschrieben, deswegen und wegen letzter Woche habe ich viele Michael-Jackson-Gespräche führen müssen. Ich auch. Also auch mit Leuten habe ich ganz ernsthafte Gespräche führen müssen, wo auch wirklich... Dads, da war auch kein Spaß mehr. Also ich mache die ganze Woche eh schon immer so Michael-Jackson-Imitationen für den privaten... Ich habe diese Aufnahme, du hast mir das auch zugeschickt. Und zwar, ich habe gesehen, du hast viele Imitationen gemacht, aber die beste besitze ich, die hast du mir eingesprochen. Das ist wirklich, als wenn Michael aus dem Jenseits mich anruft und mir nochmal ein Lied einschenkt. Das ist Wahnsinn. Die würde ich vielleicht bei Gelegenheit nochmal vorspielen. Ja, mach das mal. Nee, viele Leute können darüber lachen, aber dann auch Leute, wo ich gedacht habe, Mensch, ist das sonst so humorvoll? Fanden es überhaupt nicht witzig und haben auch echt Michael verteidigt. Und zwar immer auch mit dem Argument, und das kann ich schon nachvollziehen. Jetzt wird er ja verurteilt, quasi nochmal nachträglich. Erstmal ist er tot, er kann sich nicht mehr wehren. Ich meine, dass das auf einmal eine Kategorie ist im Land der Todesstrafe, ist interessant. Also wo Leute quasi verurteilt werden zum Tode und sich danach nicht mehr wehren können. Und wie viele Leute da umgebracht wurden, naja, egal. Aber dann auch, ja, der ist doch juristisch freigesprochen worden, dann kann das doch nicht heißen, dass der trotzdem schuldig ist. Das war so ein Argument. Ja, das ist so ein Argument gewesen. Aber was ich ja auch interessant finde, dadurch, dass natürlich diese Dokumentation draußen ist, sich jeder, die anguckt, ist es so, dass die Meinungen sofort verhärten. Und ich möchte hier auch eigentlich nicht so ein Meinungsmacher sein in der Sendung, sondern wir haben das, glaube ich, relativ emotional. Kurz einen Tag, nachdem wir die Doku gesehen haben, habe ich das hier erzählt und war auch noch ziemlich aufgewühlt, weil das ein hartes Thema ist. Und das ist eine vierstündige Dokumentation. Und das ist ein schwieriges Thema und ich finde, man sollte differenziert darüber auch reden und cool. Und das haben wir bestimmt nicht immer alles richtig gesagt, aber das ist ja hier nicht die Sendung, die das Status Quo der Meinungen ist, wo alles stimmt und wo ich mir selber auch teilweise unsicher bin, wie man sich dazu verhalten hat. Ich finde nur nicht, dass man sich gesellschaftlich verhärten muss, ob man jetzt pro oder anti Michael Jackson ist, sondern das ist eine krasse Geschichte über jemanden, der wohl offensichtlich pädophil war. Das sehe ich so jedenfalls in der Dokumentation. Inwieweit, was war es und so. Ich möchte das hier nicht eine vierstündige Dokumentation aufschlüsseln, aber man muss darüber auch mal reden können, ohne dass man sich gegenseitig gleich anklagt, wenn man eigene Meinung oder Empfinden für diese Dokumentation hat. Ja, und ich kann das schon nachvollziehen. Natürlich werden da zwei Opfer ganz lange kommen, ganz lange zu Wort in der Dokumentation, ohne dass eine Position, eine Gegenposition artikuliert wird. Das ist erstmal schwer, weil er lebt ja nicht mehr und ich würde sagen, so persönlich habe ich auch daraus gezogen, dass es nicht, ich bin mir so juristisch, ich bin mir nicht sicher, ob man das darüber klären kann, aber mir hat das wahnsinnig viel illustriert, wie so Missbrauch funktioniert. Das wusste ich zwar vorher auch schon und mit diesen ganzen katholischen Kirchengeschichten wusste man, ahnte man das auch, aber anhand dieses Beispiels, was ja so offensichtlich vor unser aller Augen stattgefunden hat, weißt du, das ist das Interessante daran. Also man selber war ja Zeuge, wie der mit den Jungs durch irgendwelche Freizeitparks gelaufen ist und man hielt das für so einen Sprein und so. Ja, man hat nach 30 Jahren, hat man sich, hat die Gesellschaft, weil das nun mal auch der größte Star war und weil man das nicht wahrhaben wollte, vielleicht sich das so angeguckt, warum der sich da so ein, du hast mir dieses Video von diesem Online-Comedian geschickt, der sich als Michael Jackson verkleidet hat, was natürlich wahnsinnig makaber, andererseits genauso ein paar Sachen auf den Punkt bringt. Warum baut man das, warum hat man, ja ja, Michael Jackson war irgendwie krank, das ist klar, aber wie gesagt, das ist eine Sache, die, ich weiß nicht, das wird sich glaube ich mit der Zeit zeigen, wie man damit umgeht. Ich glaube nicht, dass man das jetzt so sagen kann, ob Michael Jackson, also ich habe neulich Beat It im Auto gehört wieder und dachte, was für ein mega Song, der ist unsterblich. Und ja, ganz ehrlich, es klingt jetzt, nein, es ist auch, wenn es makaber klingt, ich glaube, was ich als Musiker sagen kann, ist, auch wenn es jetzt esoterisch klingt, die Musik, die du als Künstler machst oder deine Kunst ist manchmal größer als der Künstler selber. Und da gehören eine Menge Leute zu, die diese Songs kreiert haben von Michael Jackson. Quincy Jones, der das alles produziert hat, dann diese unglaublichen Musiker, Eddie Van Halen, der dieses Solo eingespielt hat, was fast nicht nachzuspielen ist. Es sind ganz viele kleine Sachen und Michael Jackson war der große Star, aber seine Musik ist größer als er selber und auch größer als das, was er menschlich getan hat. Das glaube ich auf alle Fälle, dass man die Musik nicht dafür verurteilen kann, für das, was für ein Mensch der war. Ja, wir können das ja auch nicht endgültig besprechen. Ich finde, es fand es nur wirklich beeindruckend, wie viele Leute dann da doch sich gemeldet haben und wie viele Gespräche ich in der letzten Woche darüber geführt habe. Und ich muss auch nochmal sagen, es gibt kein abschließendes Urteil, aber das gibt es eigentlich nie. Weißt du, gibt es für irgendwas ein abschließendes Urteil? Alles ist immer im Fluss. Ich muss noch mit dir ein heißes Eisen besprechen, was ich auch seit zweitens... Punkt. Nächstes Thema mal ganz kurz, bevor ich es wieder vergesse. Oscar-Verleihung war schon vor drei Wochen, wir haben gar nicht richtig drüber geredet. Ich wollte eine Sache mal loswerden und ich möchte mal wissen, ob du auch der Meinung bist. Ich fand den Queen-Film wirklich super. Er war ein toller Film, aber ich finde nicht, dass der Hauptdarsteller der Oscar-Preisträger hätte sein sollen. Ich finde nicht, dass der so gut gespielt hat. Meiner Meinung nach, ich finde, man sah eindeutig, dass das Gesicht mit diesen Bäckchen und so, der hat das gut gespielt. Aber der Film im Nachhinein war einfach eine schöne Huldigung an der Band und es war wirklich auch so, die drei anderen Mitglieder wurden als Engel dargestellt. Freddy war das Verrückte, sie haben auf ihn gewartet und das ist alles eine sehr sanftmütige, schönes Musical-Komödie fast schon geworden. Und er spielt das wirklich gut, aber einen Oscar hätte ich jemand anderem gegeben. Ja, ich habe gedacht, bei dem Film, nachdem ich hinterher gehört habe, dass Sacha Baron Cohen eigentlich vorgesehen war als Freddie Mercury, dass es aber zu Zerwürfnissen kam zwischen der Band, also den drei noch, oder den beiden, die das aktiv machen, also Roger Taylor und Brian May, dass es zu Zerwürfnissen kam, habe ich gedacht, Moment mal, die stecken da so tief in dem Ding mit drin, das finde ich irgendwie so ein bisschen merkwürdig und am Ende hatte ich bei dem Film auch das Gefühl, das ist ein riesiges Promo-Ding für Queen, die ja wirklich immer noch sehr gut darin sind, ihre Sachen im Nachhinein auch nach Freddys Tod zu vermarkten, also diese ganzen George Michael-Geschichte mit Adam Lambert sind ja auf Tour gewesen, dann das Musical, das ist alles schon sehr, es ist so ein bisschen das Star-Wars-Phänomen, also zu glauben, dass Queen so eine Indie-Band ist, ich meine, der Einzige ist, der da irgendwie Queen-Fan ist, das ist wie Star Wars für einen nerdigen, spleenigen Randgruppen-Film zu halten, wo man so unbefangen mitmachen kann, das ist alles beides Multimilliardengeschäfte und ich habe dann gedacht, ja, doch, er war schon, er war schon, ich fand es wirklich gut. Ich fand den Film auch gut, total gut, aber ich habe im Nachhinein gedacht, ja, der hat einen ganz süßen Freddie Mercury gespielt, aber dafür fehlte mir auch die Tiefe, die Zerrissenheit dieses Charakters und auch so ein bisschen doch eine Studie. Ja, aber das war nicht seine Schuld, das war glaube ich nicht seine Schuld. Das war nicht seine Schuld, aber es war auch nicht der Film, wo ich denke, dafür hätte er jetzt den Oscar verdient, also ich glaube wirklich, keine Ahnung, so fühlt sich das für mich an, es fühlt sich wie einen guten Musical-Film an, aber wieso, ich kann es gar nicht sagen, so empfinde ich das jedenfalls. Ich finde, ich habe da keine Meinung zu, also wirklich nicht, ich fand es okay und glaube auch, das passiert ja oft bei den Oscars, dass gerade Leute Oscars bekommen, die so eine Larger-than-Life-Figur gespielt haben, also so eine aus dem echten Leben, aus Biopics, das ist ihm eben auch widerfahren. Ich fand es wunderbar, auch ein Biopic, dass Olivia Colman den Oscar bekommen hat für die beste Hauptdarstellerin, weil die, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, ich habe The Favourite erst letzte Woche gesehen, kann man jetzt, glaube ich, online gucken, ist ein super Film, wirklich ein echt guter Film mit, ich glaube, Rachel Weisz ist die eine und dann, wie heißt sie noch, die rothaarige? Verdammt, Julian Mourne, nein, 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 mit den großen Augen, Seeberger. Seeberger, Seeberger, die mit den großen Müssen, fällt mir jetzt auch nicht ein, aber du hast... Wenn wir gleich darüber sprechen, es ist Emma Stone, Emma Stone, Rachel Weisz und Olivia Colman, die den Oscar bekommen hat für die beste Hauptdarstellerin, spielt Queen Anne und das macht sie wirklich so fantastisch und mir ist erst im Nachhinein eingefallen, woher ich Olivia Colman als alter Comedy-Nerd schon seit vielen Jahren kenne und zwar hat die eine ganz, ganz wunderbare, in einer ganz wunderbaren BBC-Serie mal mitgespielt, namens Look Around You, die Anfang der Nullerjahre, so im Zuge dieser ganzen Sacha Baron Cohen, Ali G-Welle in der BBC läuft, das ist eine Parodie auf Wissenschaftsfernsehen aus den 70er Jahren und Olivia Colman ist eine der Hauptdarstellerinnen und das ist eine Parodie einer Fernsehsendung, unfassbar gut, es gibt einen Ausschnitt von Olivia Colman, den kennt man vielleicht und zwar geht es da um einen weiblichen Computer, den suche ich gleich mal raus und schicke ich dir gleich mal zu, aus dieser Serie, die Serie ist nicht so als Serie bekannt, sondern eher so als Snippet und da habe ich die zum ersten Mal gesehen, fand die damals schon fantastisch und dass sie jetzt, viele Jahre später, einen Oscar bekommt, hat bei Broadchurch auch mitgespielt, da war sie auch fantastisch, wirklich super und der Film ist echt toll, The Favourite ist ein bisschen weird geschnitten und so, aber man hat so ein bisschen zum ersten Mal das Gefühl, dass man Teil von so einem Hofstaat wird, dem englischen Königshaus, Queen Anne, ich glaube Ende des 18. Jahrhunderts spielt es, genau, nee, frühen des frühes 18. Jahrhunderts spielt es und man hat zum ersten Mal das Gefühl, dass ein Hofstaat nicht so gezeigt wird mit Pomp und Prunk, sondern einfach wie das hinter den Kulissen abging, also es wurde halt auch viel gefickt und die waren alle neurotisch, alle krank und Queen Anne, die letzte katholische Königin des englischen Königshauses, danach waren sie dann alle, danach kamen dann die Welfen, da kamen dann die Deutschen dran, weil Queen Anne nämlich 17 Kinder bekommen hat, 17 Kinder und die sind alle gestorben, kein Kind ist älter als zwölf Jahre alt geworden, die waren alle krank, 17 und über die vielen Geburten, auch im Anfang des 18. Jahrhunderts zu ganz anderen hygienischen, selbst im Königshaus, ganz andere hygienische Bedingungen, hat die Gicht bekommen und war wirklich krank, ist sehr früh gestorben und deswegen haben ihre Regierungsgeschäfte diese beiden Mädels übernommen, nämlich Rachel Weisz, also Sarah Churchill, eine Vorfahrin von Winston Churchill übrigens, und Emma Stone, Abigail Mesham und der ganze Film geht darum, dass diese beiden Assistentinnen von Queen Anne sich untereinander bekriegen, die sind auch miteinander verwandt, super Film, ganz spannend, kann man sich echt toll angucken, auch ein guter Film, ist es eine Netflix-Produktion? Nein, ist ein ganz klassischer Film, ganz klassisch, Regie, warte mal, Regie hat gemacht, Georgios Lantimos hat auch gemacht, warte mal, The Killing of a Sacred, The Lobster, ach ja, The Lobster, ja klar, The Lobster, auch ein Megafilm, kannst du auch gucken, habe ich auch nicht gesehen. Super Film, The Lobster ist super und The Favourite auch, wirklich ein Spitzenfilm, hat echt Spaß gemacht. Ich wollte noch kurz zu Netflix auch noch zu erzählen, ich freue mich seit, ich glaube, seit fünf, sechs Jahren wird da schon angekündigt, der Film von Martin Scorsese über Jimmy Hoffa, ja, den Arbeits-, wie heißt es, Jimmy Hoffa war in Amerika, kannst du mal kurz googeln, ich habe Google geht bei mir gerade nicht, und jedenfalls Martin Scorsese macht gerade für Regie bei diesem Film mit Al Pacino, Robert De Niro, Harvey Cattell und Joe Pesci, das muss man nicht sagen, das sind wirklich die großen Ikonen der 70er, 80er und auch 90er Filme noch mit Scorsese, wie Casino, Goodfellas, also das sind wirklich die Leute, die man alle noch einmal in einem Film sehen will. Und dann habe ich rausbekommen, dass der Film eine reine Netflix-Produktion wird. Tja, und dann kommt er auf Netflix raus jetzt, und ich finde das irgendwie so unglaublich, was für eine Allmacht Netflix inzwischen hat, dass diese ganzen großen Filme teilweise, zack, hast du sie auf einmal auf Netflix und kannst sie sofort sehen. Findet man das gut oder will man noch ins Kino gehen und wird dieser Film dadurch nicht mehr diese Hult, also ich meine, die Anerkennung kriegen die ja eigentlich verdient, dadurch, dass Netflix das alles produziert. Ich habe ja gehört, dass die Filme jetzt auch dann so alibimäßig, beziehungsweise natürlich auch zum Anschauen für Cineasten ins Kino gebracht werden für ein paar Wochen. Aber ich glaube, das wird dann auch kein Erfolg mehr, wenn die gleichzeitig auch bei Netflix rauskommen. Und ich finde das schon sehr erstaunlich. Ich meine, es ist ja weiterhin ein Erfolg, aber dieses Kinoerlebnis auch muss man wirklich sagen, weil viele Kinos einfach beschissen sind. Also wirklich, es ist sehr selten, dass du in Deutschland in einem wirklich guten Kino bist. Und ich finde auch diese ganze Edelkinowelle ist ein bisschen too much. Ich würde mir so ein solides Kino wünschen, wo man auch mal Filme im Original bekommt. Und das würde, glaube ich, viele Leute, in Köln gibt es ein einziges Kino, wo Filme im Original laufen. Vielleicht zwei, aber regelmäßig nur ein originalsprachiges Kino. Und das ist, ich meine, wir leben im Jahr 2019. Ja, obwohl das ist doch eigentlich, die Kinos sind doch alle inzwischen auch richtig fett ausgebaut. Das Problem ist einfach, das ist ein, was ist denn das Problem? Warum gehst du nicht in Kinos? Weil es hier so groß ist. Also das originalsprachige Kino in Köln ist Kacke. In Berlin gibt es ja gut, in Berlin gibt es zwei, drei, stimmt. Aber hier kenne ich mich noch nicht so aus. Und ich habe echt das Gefühl, dass das total vernachlässigt wurde und dass sie diesen Dreh noch nicht raushaben, dass sie echt mal mehr Originalsprachfilme im Originalton in die Kinos bringen müssen. Ich glaube, es macht viel mehr und schneller. Da willst du es dann auch sofort sehen, so im Original. Auf alle Fälle finde ich das schon sehr erstaunlich. Es gibt noch einiges heute zu berichten. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen Musik auf die Playlist packen. Ja, auf jeden Fall. Das ist immer wichtig. Und zwar, ich habe eine Platte wieder gefunden, die ich vor elf Jahren, eine Hamburger Band, die habe ich, als die rauskam, rauf und runter gehört. Und ich höre diese Platte immer noch. Es ist ein kleines Meisterwerk. Es gibt nur eine Platte bei Spotify von Veranda Music, Hamburger Band. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Aber die Platte, die es dort gibt, die ist der Megaknaller. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt gerade heißt. Guck mal, so schlecht bin ich heute vorbereitet. Das kann doch alles gar nicht sein. Olli, was ist das? Carina, Carina, wie heißt die Platte? Nadel, Nadel, wie heißt die Platte nochmal? Warte mal, Veranda Music aus Hamburg. So eine Band, warte mal. Nadel, komm her! Nadel! Nadel, die Platte heißt Sick with Scenes. Und der Song heißt Soul Bands. Den habe ich mit Nadel immer gehört. Als wir, als Nadel und ihn eine geile Zeit hatten auf Gran Canaria. Und sie mit ihren Rücken eingecremt hat, die geile Nadel. Jetzt ist sie durch und sieht aus wie eine Rosine. Und muss mit Peter Zewer irgendwie fällig umdrehen. Die kleine Maus. Peter Zewer! Peter Zewer! Schulden, wiss und weg! Peter Zewer, wiss und weg! Hey, da muss ich mal... Schulden, wiss und weg von Peter Zewer. Leute, könnt ihr mir eingefallen tun? Ich möchte mich ganz kurz bei allen bedanken. Ich kriege so schöne Nachrichten. Musiktipps oder auch zu meiner MRT-Angst. Alle möglichen Ängste werden, die ich hier in der Sendung ganz offen... Per E-Mail geheilt. Heilung per E-Mail. Ich kriege super Tipps. Und ich kriege so viele private Nachrichten. Und ich lese die und so. Aber bitte schickt mir nicht mehr eine abfotografierte, fest und flauschig Taschentuchhülle, als wenn ich das noch nie gesehen hätte, dass es das gibt. Ich weiß es inzwischen. Bitte hört auf, damit das zu schicken. Und denkt, ihr habt ja gerade eine geniale Entdeckung gemacht, dass da ein Taschentuch... Das ist so. Ich weiß es. Brauche ich nur kurz sagen. Ja, das kommt mir auch öfter vor. Lass mir mal die Frage im Raum stehen, was zuerst da war. Die Taschentücher oder der Podcast? Das will ich auch geben müssen. Das antworten wir einfach nicht. Mystery. 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 Du machst also diese Band Veranda. Die Soul Bands von Veranda Music. Der Song Soul Bands. Das ist der erste Song. Und die ganze Platte heißt Secret Scenes. Und die kann man in einem so durchhören. Das ist ein kleines Meisterwerk, finde ich. Ganz tolle Platte. Ich mache auf die Fidi und Bumsi Playlist einen Song, den ich diese Woche oft gehört habe. Und zwar PYT, Pretty Young Thing von Michael Jackson. Das geht einfach darum, dass Liebe zwischen Menschen, dass die Altersgrenze nicht berücksichtigt werden muss, wenn die Liebe stimmt. Weil alles vermischt. Hey, little man. Come on over, my little rubber rubber friend. Übrigens, dass You Are Not Alone von R. Kelly geschrieben wurde, haben mir viele Leute geschrieben. Habe ich letzte Woche vergessen, tatsächlich vor lauter Aufregung zu sagen, You Are Not Alone von Michael Jackson gesungen und wirklich geschrieben von R. Kelly. I love you. I love you so much. Und wir sind gleich wieder da mit Fest und Flauschig. I love you. Another day is gone. I'm still here alone. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser. Nein. Doch. Oh. Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind. Nein. Doch. Oh. Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen. Ich? Sie. Nein. Doch. Oh. Another day is gone. Oh. Hey, little ones. Hi. It's me, Michael. Hi. I love you so much. Hey, Leute. Willkommen zurück bei Fest und Flauschig. Yo. Wir haben gerade uns nochmal kurz die Kehlen befeuchtet. Und hast du auch, habe ich dir geschickt, diesen Eintrag in diesem Buch mit nackten Jungs, was Michael Jackson in den 90er Jahren einem seiner deutschen Freunde, mit dem er im Hotel Bayerischer Hof macht, dessen aus... Ja, da muss man wiederum auch aufpassen, weil der soll angeblich auch ein Schwindler sein, der schon zweimal hat. Der hat auch schon Michael Jackson Sachen online irgendwie verkauft, verhökert, dieser deutsche Typ. Ja, aber warum schreibt ein Michael Jackson, to my rubber rubber friend, in das Gästebunders Buch da rein, an meinen Rubbel-Rubbel-Freund, für so einen kleinen Jungen? Warum? Vielleicht haben die vorher, ich weiß es alles auch nicht. Lose gerubbelt. Ich will auch nicht zu sehr in der Zeit. Michael ist uns schon Michael, das ist in Aministin. Nein. In Aministin. Und wie letzte Woche gesagt übrigens, Menderes, kaum haben wir es ausgesprochen, nächsten Tag überall Menderes, jetzt wird Menderes gefragt. Ist Menderes Karriere jetzt in Gefahr? Das ist doch die Frage, die Deutschland interessiert. Viel schlimmer ist, dass Menderes wahrscheinlich gar nichts dazu zu sagen hat, sondern der einfach auch so depressiv auf mich wirkt, dass der einfach vor die Kamera gezogen wird. Der wird einfach direkt morgens aus der Wohnung rausgeholt und dann sagt er, was die Leute ihm sagen, weil er will irgendwo noch am Leben teilhaben. Der wirkt wahnsinnig traurig auf mich. Ich habe da auch diese, ach Menderes, den sollen die auch in Ruhe lassen, echt. Ja, machen sie nicht. Leave Menderes alone! Ja, ja. Ach, Olle, Olle. Ich muss mit dir über eine Sache reden, über die du ungern redest, aber vielleicht hast du eine kleine Einschätzung. Jogi Löw hat sich getrennt von den großen Stammspielern, von Hummels, von Müller und hat irgendwie, will jetzt irgendwie, alle sind ziemlich empört. Was ist mit Jogi Löw los? Und ich weiß, dass du dich für Fußball überhaupt nicht interessierst, aber wäre es nicht einfach das Schlauste gewesen, das muss ich echt nur mal sagen, als Fußball-Weltmeister abzutreten und jetzt nicht noch sechs Jahre so leicht lethargisch da irgendwie oder fünf Jahre rumzudümpeln, sollte da nicht jemand mal einschreiten? Weil ich fand A, das ist ziemlich herzlos, wie er diese Spieler entlassen hat. Ich finde dafür, dass man Weltmeister geworden ist und ich finde auch, ich weiß, du hast keine Meinung vielleicht dazu, ich finde auch ganz ehrlich, wenn es irgendwann nicht mehr läuft, muss man auch jemanden, der mal Großes geleistet hat, einfach dann mal so sagen, komm, du machst jetzt hier nochmal schönen Urlaub, du kriegst nochmal All-Clusive Enter, machst mal ein Jahr, jetzt Weltreise und dann gehst du nochmal zum Bundesliga-Verein. Du hast alles gerissen, mehr geht nicht. Ich habe das auch mitbekommen und ich habe da tatsächlich so eine ganz kleine Mini-Meinung dazu. Ich habe schon gedacht, als diese ganze Özil-Geschichte vor einem Jahr war, da ist die Solidarität im Team eh auseinandergebrochen und nicht nur im Team, sondern auch mit Blick auf die Nationalmannschaft. Deswegen bin ich jetzt einigermaßen wenig emotional, wenn es darum geht, dass da Leute sagen, Mensch, das war ungerecht, das ist ausgerechnet, wie ich jetzt trifft. Das hat bei Özil letztes Jahr auch, also zumindest die breite Masse, nicht so richtig interessiert. Das war eine andere Nummer, aber man hätte da auch sagen können, pass mal auf, wir sind eine Truppe, wir haben zusammen den Weltmeistertitel geholt, wir lassen uns ja nicht auseinander dividieren, sondern wir sind eine Mannschaft und dann gehen wir entweder alle zurück oder halt gar nicht, treten wir alle zurück oder halt gar nicht. Das hätte man hinbekommen können mit so einem Teamspirit, jetzt löst sich das so langsam auf und ich glaube, das wird auch Jogi irgendwann treffen. Also irgendwann ist die Nase leer, alle Popel sind gegessen und dann ist Jogi auch weg. Ja, wahrscheinlich wird es so sein, wenn die Nase leer ist. Wenn die Nase leer ist, wenn alle Popel aufgegessen sind. Das ist ein schönes Bild, was du mir gerade da im Kopf hast. Ist das überhaupt so, ist die Nase eines Tages leer? Nein, die Nase reproduziert immer wieder Popel. Meinst du wirklich? Ich glaube ja. Ist das, ist das? Ich glaube, im Alter wird es nochmal richtig schlimm jetzt irgendwie. Im Alter gibt die Nase nochmal richtig Gas. Ja, und alles, die ganze Schleimproduktion und auch die Haare. Das ist doch so, Testosteron fängt überall an, beim Mann im Alter irgendwie nochmal auszubrennen. Nur auf dem Kopf nicht. Auf dem Kopf gibt es keine Haare mehr, sonst überall. Und du wirst halt nun mal so ein haariger alter Mann, der schleimt. Ich erinnere mich immer noch daran, wie ich dann... Ein haariger alter Mann, der schleimt. Ich erinnere mich daran, wie ich morgens im Bus zur Schule gefahren bin. Neben mir saß ein alter Mann und er musste so ganz... So ein Husten, kennst du dieses... Und dann fliegt ihm morgens um halb acht so eine richtig fette Brosche aus dem Hals und bleibt an der Scheibe kleben. Er saß so an der Scheibe und ich saß so daneben. Und ihm fliegt dieses Ding und ihm was... Und das Ding klebt er einfach dran, wie bei einem Superhelden, der sowas rausspucken kann. Ghostbusters. Und er hat versucht, mit dem Finger das von der Scheibe wegzumachen, weil ihm das auch unangenehm war. Und er war aber alt und es war so... Und das haben wir irgendwann auch. Ältere Leute... Mein Ziel ist eines Tages, so lange Ohrhaare zu haben, dass wenn ich im Bus neben jüngeren Leuten sitze, dass ich mich gar nicht bewegen muss und dass sie quasi meine Ohrhaare neben mir sitzen, am Ohr kitzeln. Dass ich weiß so wundere... Was ist denn das? Und dann drehen sie sich zur Seite um und dann drehen sie sich mit ihrem Gesicht in meine Ohrhaare. In deine Ohrenhaare. Oder dass die Haare so viel büschelt, dass keiner mehr neben mir sitzen kann. Sitzt du immer alleine im ICE. Genau. Ja, noch eine kleine Sache. Ich habe so kleine Themen. Will Smith hat irgendwie ein Deal mit Facebook und ich glaube, so eine Frau auch, die haben eine Sendung, die wird nur von Facebook produziert. Und die Sendung von Will Smith heißt The Bucket List und die handelt davon, dass er jetzt 50 geworden ist und all das nochmal in seinem Leben machen möchte, was er noch nicht gemacht hat. Da ist unter anderem, glaube ich, ein Sprung dabei aus dem Helikopter über den Grand Canyon. Das habe ich mir nicht angeguckt. Was ich mir angeguckt habe, ist die Folge mit Dave Chappelle. Da ist nämlich folgendes... Also Will Smith würde so gerne einmal in seinem Leben Stand-Up-Komedien sein. Weil was man... Obwohl er so viel gemacht hat, ist mir gar nicht aufgefallen. Er war nie Stand-Up-Comedian. Hat er nie gemacht. Er war Rapper, Schauspieler, aber das hat er nie gemacht. Stimmt. Genau. Und dann ist er halt mit Dave Chappelle zusammen und der trainiert ihn sozusagen und sagt, was er zu tun hat. Und er meint, was die Leute wirklich über dich wissen wollen, ist, was für ein Typ bist du? Wie sieht das bei dir privat aus? Du hast diese Familie. Jeder in deiner Familie ist ein Star und hat so einen besonderen Namen. Mach Witze über dich selber. Sei ehrlich. Und dann kriegt er diese ganzen Tipps. Und dann kommt er auf die Bühne und natürlich wurde das alles sehr günstig für ihn geschnitten. Und du merkst, er ist einfach null witzig. Es funktioniert kein bisschen. Er ist einfach viel... Er ist viel zu glücklich und zu... Er hat keine Abgründe. Zu satt. Zu ungebrochen. Und ich glaube tatsächlich... Der Prince of Bel-Air, das ist eine totale Wohlfühl-Serie, mit der, der bekannt geworden ist. Also ich glaube, der ist wirklich mit sich einigermaßen im Reinen. Das ist so ein richtig klassischer... Es ist ein klassischer Künstler mit wahnsinnig viel Geld, der einen wahnsinnig guten Lauf hatte und den man auch irgendwie jeder... Es gab immer eine Phase, wo man Will Smith sympathisch fand. Keiner hatte jemals was gegen Will Smith. Es war jedenfalls der Typ, der immer einen guten Film rausgehauen hat. Und man schaut sich das gerne an. Aber dann siehst du ihn da auf der Bühne und dann siehst du auch Dave Chappelle halt, der nun mal wirklich ein Typ ist, der einigermaßen eine turbulente Karriere hatte. Der, glaube ich, die dritte Staffel seiner Serie abgebrochen hat und dann irgendwie nach Südafrika abgehauen ist mit Steuerschulden und auch immer mal wieder die Gerüchte von Drogen, Alkohol. Was ihn A, entweder interessant macht, aber auf alle Fälle B, brüchig macht. Auf alle Fälle ein Typ mit Ups und Downs. Ich finde den manchmal auch auf der Bühne manchmal unangenehm, dann wieder großartig. Das ist halt so eine Gratwanderung. Aber auf alle Fälle ein interessanter Typ als Stand-Upper. Und dann siehst du Will Smith und es ist so glatt. Es ist so ein glatter Typ einfach. Und es ist ein sympathischer Typ, aber nichts davon ist auch nur ansatzweise interessant. Was ist daraus die Lehre? Gar nichts, sondern nur, ich glaube, du musst als Künstler nun mal ein darbener, leidender Typ irgendwie eine Zeit lang sein, um davon zu können. Ja, und ich glaube, wenn du irgendwann zu satt bist und auch nicht mehr den Spaß daran hast, den Bruch zu suchen, also dass du das nicht mit dir rumträgst, dass du jederzeit erst mal dir selber sagen kannst, nee, mach ich nicht, aber auch der Welt gegenüber sagen kannst, nee, weißt du was, fickt dich, dann ist das irgendwie, macht das keinen Spaß. Dann kannst du auch einen richtigen Job machen. Aber was ja nicht heißt, dass Will Smith kein toller Künstler ist, aber ich fand es, ich habe diese Woche eine ganz andere Begegnung mit Will Smith gehabt, aber die ein ähnliches Ergebnis hat. Ich habe nämlich den Trailer gesehen für den neuen Disney-Film Aladdin. Der neue Trend bei Disney ist, diese ganzen alten Comics zu neu animieren. In echt, aber in echt neu zu machen. Ach so, mit echtem Schauspielern. Es gibt doch auch jetzt einen neuen Asterix mit so neuen Animationstechniken. Ja, aber ich glaube Adam McKay, oder nee, es ist nicht Adam McKay, wie heißt der andere nochmal? Mann! Na, egal. Ich weiß nicht. Es gibt einen Regisseur, der das Dschungelbuch schon gemacht hat und der sich, ich glaube, jetzt auch um Aladdin kümmert. Nee, der macht König der Löwen. Ein anderer Regisseur macht Aladdin. In echt von Disney neu aufgeliebt. Mit Will Smith als Aladdin? Nein, Will Smith eben nicht als Aladdin. Das sind zwei Aladdin und Jasmina, die Prinzessin, das sind zwei Newcomer. Aber Will Smith ist der Flaschengeist. Genie. Und du guckst dir das an und denkst so, no, nein, nein. Man versteht, warum sie ihn besetzt haben, aber nein, 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 nein. Das muss, das ist nein. Einfach nein. Fehlbesetzung. Es ist zu glatt und zu, eine klassische Fehlbesetzung. Ich habe gedacht, das ist mir zu unbrüchig, selbst für die Rolle des Genies in einem Multimillionen-Disney-Breitband-Mainstream-Teuer-Superfilm. Aber ist der nicht auch so ein klein bisschen diabolisch, der Geist, oder auf alle Fälle so ein... Ja, eben, und Will Smith ist zu nett dafür. Der Geist ist zu diabolisch und der ist zu shady. Hast du gerade ausgespuckt und hast dich von der Kamera weggedreht, damit du dich nicht sehen musst? Nee, ich habe hier so ein, ich habe tatsächlich hier so ein Haar an der Seite gehabt und das musste ich mal kurz rausrotzen, ja. Ihhh. Na und? Ich bin der alte Mann. Na und? Nadel hat sich heute nicht rasiert. Nadel, mach mal den Schleim vom Tisch weg! Was ist aus diesen Männern geworden, die nach ihrer Frau rufen, damit die ihnen was bringen? Das ist alles, gibt es alles nicht mehr. Die werden kaputt gemacht vom Feminismus. Gebrochen. Genau, was ist was... Aber die, was machen die... Stell dir mal vor, die Leute, die seit 50 Jahren in diesem Konstrukt leben, ich kenne genug Männern, die ohne ihre Frau... Gar nichts werden. Die sind verhungernd. Die wissen nicht, was sie aus dem Schrank... Das ist nochmal die alte Schule noch. Männer, die nicht mal wissen, welches... Wo... Mäuschen, kannst du mir mal eine Unterhau... Also die nicht mal wissen, wo ihre Sachen sind im Schrank. Die so... Die würden jetzt alle, wenn der Feminismus jetzt in so einem kompletten Boost nochmal auch Frauen jenseits der 60, 70 überzeugen würde, ihr eigen... Also jetzt komplett aus diesem System raus... Viele Männer würden einfach sterben. Ganz ehrlich. Stell dir mal vor, alle Frauen so ab 50 würden sich jetzt angetriggert von diesem Internetphänomen... Von der Welt... Das Internetphänomen Feminismus. Na, das Internetphänomen... Das Internetphänomen Feminismus, den alle mitbekommen und bei dem alle mitreden und nicht so wie früher, wo man dann sagen konnte, ah ja, Alice Schwarzer, die ist doch eh, keine Ahnung, Lesbe und dann mit ihren Latzhosen und so, sondern der Feminismus, der dich... Dem du nicht mehr aus dem Weg gehen kannst als Mann, sondern derjenige... Viele kennen ihn schon. Den neuen Trend aus der USA. Endlich schwappt er auch hierher rüber. Feminismus. Nein, du weißt, es gibt diesen neuen, in der Mitte der Gesellschaft angekommenen, breit diskutierten, unvermeidbaren Feminismus und auf einmal, der nur vermieden werden kann, wenn man eben nicht im Netz abhängt und alle Frauen ab 50 würden sich auf einmal so schlagartig von ihren Männern, also in beschissenen Beziehungen mit beschissenen Männern leben, trennen. Was dann los wäre? Leute würden irgendwie führerlose Autos würden durch die Städte, durch Geisterstädte fahren, riesige Frauenpartys am Strand und Männer würden verhungert in ihren Wohnungen zurück. Können sie einfach sterben. Einfach sterben. Das ist ein urban Phenomenon. Männer sterben, weil ihre Frauen einfach keinen Bock mehr auf sie haben und das Essen nicht mehr zubereiten. Oder sitzen die vor N24 oder vor NTV-Dokus und verrotten einfach. Genau, vielleicht haben dann auch die Frauen dann unter, haben die Männer überschätzt mit ihrer Stärke und auf einmal merken die, oh fuck, die sterben ja jetzt einfach weg. Ich dachte, die kämpfen noch ein bisschen über Versuchungen, aber die sterben einfach. Gut, ihr wollt jetzt, dann sterben wir jetzt einfach. Dann ist das jetzt so. Nee, vor allem haben die Männer sich mit ihrer Stärke überschätzt. Wir haben letzte Woche, es war ja Frauentag und da haben wir in der Sendung so ein, wir haben lange diskutiert, wie behandeln wir das in der Sendung, weil meine Sendung wird ja von einem Mann moderiert und viele in der Redaktion sind männlich, also wir sind ungefähr Hälfte, Hälfte in der Firma oder genau Hälfte, Hälfte, aber im Redaktions, im Autorenteam sind viel mehr Männer. Und dann haben wir gesagt, okay, wie machen wir das? Und haben dann am Ende uns überlegt, wir machen ein Video, wo Männer erklären müssen, also alle aus der Firma, wie Menstruation funktioniert. Und es sind alle, die allein die Dreharbeiten, ich habe noch nie so viel, so viel Durchfallpups in der Redaktion gerochen, wie vor diesen Dreharbeiten, weil alle Schiss hatten, keiner wusste überhaupt, was er sagen soll und die Interviews wurden von Frauen geführt und danach waren alle ganz verunsichert. Und ich habe gedacht, ein weiterer Schritt quasi zur wirklichen Gleichberechtigung ist nicht nur Women Empowerment, sondern Man Depowerment. Also Männer müssen sich quasi mit ihrem Unwissen exponieren und mal die schwache Seite zeigen und es hat wirklich viel in der Firma gerade gerückt. Also aber auch auf so eine nette Art, also dass man hinterher dann gesagt bekommt, ja siehste, ich meine wir Frauen wissen es auch nicht, aber schön, dass du als Mama sagst, dass du erst recht keine Ahnung hast. Ja, aber viele Frauen wissen, wie mein Mann der Samagos funktioniert. Das muss man wiederum sagen. Hauptsache es wird noch gefickt dabei, weil Feminismus. So, egal. Feminismus egal. Komm mal her hier bei mir. Feminismus könnt ihr alles machen. Hauptsache es wird noch gefickt. Ja, aber es ist ganz ehrlich, wenn das unterm Strich bleibt, ist das, wenn das nicht unterm, das muss unterm Strich bleiben. Können wir uns darauf einlassen, gerne auch auf eine andere Art und so und jetzt mal ein bisschen mehr streicheln und spennen. Ich kann es jetzt, muss ich einfach sagen, wir haben wieder FaceTime, wir sehen uns die ganze Zeit und wenn du mich anguckst und du hast so einen Popschutz vor dem Mikrofon und dieser Popschutz sieht aus wie ein Vollbart und du siehst ein bisschen aus wie Bushido in dieser Phase, wo du diesen Vollbart hatte. Wirklich, du siehst aus, ich muss das einmal, bleib mal genau, du siehst aus wie Bushido in der Vollbart-Phase. Nee, ich muss einmal dich fotografieren, so. Alter, das, du siehst genau aus, das, ich schwöre, das sieht aus wie, warte mal, zeig mir das mal. Wo vor allem hier unten bist du. Du siehst aus wie, du siehst aus wie Bushido mit Vollbart. Ja, das stimmt. Du siehst aus wie Bushido. Ja, das war eine harte Woche für mich auch. Ich wollte es noch erzählen, ich war bei Lina Larissa Strahl natürlich mit Kindern auf dem Konzert. Wieso war das hart? Das harte war nicht, es war ein Konzert für Kids, es waren Kinder da. Die ist ein Kinderstar immer noch, die versucht da gerade rauszukommen, macht eine mega Show auf der Bühne und das macht die alles auch sehr, sehr gut. Es ist jetzt, ich bin ja natürlich ein 45-jähriger Typ, ich stehe da mit Kindern herum und ich finde das alles okay. Das Einzige, was mich genervt hat, waren die anderen älter, weil die, vor allem die Mütter, Berliner Mütter, die mit ihren Kindern auf ein Konzert gehen, das ist einfach absoluter Abfuck. Was dafür eine, es herrscht einfach so eine aggressive Löwenmama-Stimmung, weil die Kinder so, und die Kinder haben alle ein Handy gehabt. Die Kinder sind, da sind 9- und 8-Jährige mit Handy rumgelaufen, wie selbstverständlich durch diese Halle und ich habe gewusst, die werden scheiße und dann, also die wenigsten hatten kein Handy gehabt. Es war auf alle Fälle so und die Eltern haben dann, die Eltern haben dann während des Konzertes Fotos mit ihren Kindern gemacht, während die Kinder Fotos gemacht haben von Lina auf der Bühne. Es war wirklich ein bisschen, Keiner guckt sich diese Sachen jemals hinterher wieder an. Keiner guckt sich die Sachen an. Es ist dunkel in der Halle und du siehst auch, dass die alle keine Ahnung haben von so einem Konzert und den einen war es zu laut, dabei war es eine super angenehme Lautstärke und die Mütter sind so hyper nervös, dass irgendwas passieren könnte. Mein Tipp ist wirklich, hier, kein Michael-Jackson-Tipp, sondern einfach, lass die Kinder alleine in die Halle, lass die Eltern vor der Halle warten oder im Vorraum, lass die da die Väter und Currywurst essen, die Mütter meinetwegen irgendwie quatschen zusammen, wie sie irgendwie das besser sich organisieren, irgendwas machen, aber lass sie nicht mit aufs Konzert. Die versauen den Kindern das Konzert. Die Eltern versauen den Kindern das Konzert. Überhaupt, Eltern versauen Kindern ganz schön viel, meistens auch oft, also oft das Leben auch. Oft das Leben, das stimmt. Und Kinder sind wirklich süß, oft sind die Eltern eigentlich das Hauptproblem, weil die einfach unbedacht ihren Kindern was mitgeben und auch so Scheiße erzählen und auch so asoziale Verhaltensweisen, sind die Kinder, gerade wenn sie klein sind, eins zu eins imitieren. Ach nee, muss man echt aufpassen. Finger weg von anderen Eltern. Also Eltern vor Eltern muss man sich echt in Acht nehmen. Eltern streng, also Eltern stressen mich mehr, als wenn ich umgeben bin auf einem Konzert von tausend Kindern. Die Eltern stressen, weil die Eltern so angespannt sind. Gib den Kindern eine gute Zeit. Gib den Kindern das Kommando. Wenigstens da. Gib den Kindern das Kommando. Ja. Olli, ich weiß, wir haben jetzt viele lustige Sachen besprochen, aber es gibt, wir haben uns vorgenommen, dass wir die Sendung lustig anfangen. Wir sind aber jetzt beide dann doch unter dem Eindruck hier zusammengekommen, dass wir von diesem Terroranschlag in Neuseeland relativ viel mitbekommen haben. Ich habe es heute Morgen ganz früh mitbekommen, war gerade noch in den Ausläufern einer kleinen, selbst ausgelösten Debatte um so eine Party von einem ehemalig angesehenen Journalisten in Hamburg, der ganz viele Leute zu seinem Geburtstag eingeladen hat. Matthias Matussek. Hat das mitbekommen. Genau, und der hat letzte Woche Samstag so eine Party veranstaltet zu seinem Geburtstag. Hat dann hinterher schön zwinker, zwinker, selbst alle Fotos, alle Selfies, die er da mit seinen Kollegen gemacht hat, veröffentlicht. Und die Party war wirklich so ein Stell-Dich-Ein, aller vom irgendwie, vieler vom Verfassungsschutz geprüfter oder als Verdachtsfälle eingestufter Typen. Einer von der Identitären Bewegung, Rechtsradikaler war dabei und viele vor allen Dingen. Und Reinhold Beckmann aus Versehen auch. Reinhold Beckmann mit einer Gitarre macht ein Ständchen. Spiegelredakteure, Redakteure vom Fokus, so ganz normale Leute sind auch mit dabei, schnallen aber nicht, dass es vielleicht keine gute Umgebung ist, durchziehst, dass du da abhaust, dass du dich hinterher dazu irgendwie positionierst oder das wenigstens von dir aus artikulierst, mit Kollegen drüber sprichst, dass das ein Thema wird innerhalb der Redaktion oder sowas. Das alles ist nicht passiert und dann haben wir halt quasi in der Redaktion gesehen, okay, der postet die Fotos, natürlich auch mit der diebischen Freude, dass er weiß, was er damit auslöst, aber wenn er das veröffentlicht, Er postet die Fotos, um auch zu zeigen, guck mal, die kommen alle noch zu mir und ich glaube, das ist ein trauriger Typ, irgendwas Trauriges. Ja, natürlich und alle Leute sagen auch, stop making Matthias Matusek famous. Ja, richtig, ja klar muss man aufhören, aber dann muss man vor allen Dingen zuerst damit aufhören, auf dessen Partys zu gehen oder sich zumindest mit dem anders auseinanderzusetzen, als dann da bei so einer Networking-Veranstaltung zu stehen und Couscous zu essen und hinterher nichts dabei zu finden. Man kann das alles machen, aber immer mit einer gewissen Awareness und vor allem, glaube ich, sollte man darüber sprechen und man, glaube ich, darf Dinge nicht mehr so einfach schwierig, sorglos. Ja, es ist, das spülte heute Morgen, so begann mein Morgen und dann gucke ich aufs Handy und sehe dann diesen Terroranschlag. Nach jetzigem standen 49 Menschen, die in einer Moschee am Freilugsgebet gebeten, in Neuseeland, also of all places, von allen Orten der Welt ausgerechnet Neuseeland, eines der friedlichsten, freundlichsten, sympathischsten, abgelegensten Länder aller Zeiten. Also wirklich so ein nettes Land und da ist dann nach jetzigem Kenntnisstand ein australischer Täter wohl, der sich da extra nach Neuseeland begeben hat, um diesen Anschlag, diesen Terroranschlag zu begehen, ein Rechtsradikaler, ein Rechtsterrorist, der das alles auch noch gefilmt hat, mit so einer Kamera, die ganze Tat live gestreamt hat, der, bevor er diese Tat begangen hat, diese Menschen kaltblütig erschossen hat, mit Maschinengewehren im Auto durch die Gegend gefahren ist, cold-blooded Musik gehört hat, irgendwelche popkulturellen Nazi-Referenzen rausgehauen, irgendwelche YouTube-Kanäle sich angeguckt hat. Der Typ soll 28 Jahre alt sein, das ist jetzt alle Stand, Freitag, Mittag und kommt aus dieser ganzen Neonazi-Netz-Bubble, wo sich Ideologien vermischen mit unpolitischen Gamern, wo man Freude am Mobbing vermischt mit rechtsextremistischen Gesinnungen und das, der hat einen Twitter-Account, der Avatar sieht aus wie einer von den Hios, die es auch in Deutschland zur Genüge gibt und die Typen, die sowas machen, sind die Speerspitze derer, die solche Dinge ideologisch vorbereiten, die Leute, die sich jetzt gerade nicht trauen, irgendwas dazu zu sagen, weil sie da keine Worte für finden, weil nämlich das ist, was quasi diese Rechtsextreme oder die rechte Politik im Extrem für eine Auswirkung hat, deswegen sind die gerade so stumm, das hat da nichts miteinander zu tun, das alles hat miteinander zu tun und das ist wirklich, ich finde es derart, ja, das ist einfach wieder jemand, der komplett, wie kann das sein, dass jemand sich so selbst, so abdreht, also wie im Bataclan, wie kann das passieren, dass Leute sich so abentfernen von jeglicher Menschlichkeit und in der Lage sind, da reinzulaufen und auf Menschen zu schießen mit Maschinengewehren, was ist da schief gelaufen? Ja, weil die keine Heid mehr in dieser Welt haben und sich in irgendwas klammern, was völlig ideologisch und völlig erschossen ist. Das gleiche haben wir beim Bataclan gesagt, das gleiche haben wir gesagt, dass es in Paris passiert ist. Und das sagt man ja immer, das ist nun mal, das ist das traurige Phänomen in unserer Zeit, dass es immer mehr Leute gibt, die sich hier radikalisieren, die keinen Heiden haben. Ja, aber ganz kurz mal, heute ist Sonntag, also die Debatte hat sich schon ein bisschen weiter gedreht. Beim Bataclan fingen dann Leute an, sämtliche Internetverbindungen weltweit zu überwachen, alles wurde gespeichert, man hat sich in irgendwelche Internetforen rein, irgendwie die Amerikaner sind nach Syrien gegangen, weil man quasi die Wurzel des Übels bekämpfen wollte. So ist man hinterhergegangen, diesem Extremismus. Nichts anderes ist da in Christchurch passiert, da ist ein Typ einfach rumgelaufen und hat Leute abgeknallt aus extremistischer, terroristischer Gesinnung. Und jetzt, weißt du, jetzt könnten wir in Internetforen gehen, in unserer Sprache lesen, wie Täter sich quasi verbinden, wie Ideologien geschmiedet werden und man könnte da, ohne dass man Übersetzer braucht, einfach so, weil das sind Leute, das ist ein 28-jähriger Typ, der aussieht wie wir, weißt du, und keiner stellt sich da hin und sagt, hey, ich bin auch ein 28-Jähriger, ich bin auch ein Deutscher und ich bin auch irgendwie ein Weißer und ich distanziere mich hier mal im Namen aller davon. Wir sind nicht alle so, aber das war damals, war das halt schon so, dass die AfD gesagt hat, jetzt müssen sich alle Moslems distanzieren und wie komisch, ganz still, ganz merkwürdig leise ist es gerade. Die haben wahrscheinlich andere Sachen zu tun. Es ist wirklich, es ist wirklich, es ist wirklich nicht, Ja, das Problem ist, wir haben das alles gesehen und so. Ja, es ist immer das Gleiche, man ist fassungslos, man sieht diese gesamte Brutalität, diese Grausamkeit und man versteht es einfach nicht, weil man einfach keinen Zugang zu diesen Köpfen hat und zu diesen Leuten und was da alles falsch gelaufen ist. Man sieht nur eine ganze Menge, was du gerade angesprochen hast, von Menschen, die ähnlich, ähnlich im Kopf schon so eine ähnliche Ideologie vertreten und das macht einen Angst halt nun mal und dass diese Welt nun mal anscheinend immer mehr den Halt verliert oder es immer mehr Leute gibt, die rausrutschen aus einem humanistischen, also generell, aus dem gesellschaftlichen und aus dem ganzen, aus dem Gedanken. Wenn einem die Worte, lass uns das mal versuchen an einem praktischen Beispiel, also eine Sache, die der Typ sagt, auf dem Weg mutmaßlich, also alles noch nicht bestätigt. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles, was der Typ sagt, analysiere und einen dann hochsprechen würde. Ich würde eine Sache, subscribe to PewDiePie, dieser YouTuber, der damit nichts zu tun hat, das vorweg, der aber bekannt geworden ist dadurch, dass er quasi Grenzüberschreitungen in Richtung Rechtsextremismus, also damit spielen, mit der, mit der, mit der nationalsozialistischen Symbolik, mit, mit Death to all Jews, war so ein Ding, was der einfach, der hat, es gibt quasi, Warum hat er das gemacht? So ein Online-Service als, als großer Spaß, man kann irgendwelche, Buschleute irgendwo, ich glaube in Asien, haben angeboten, schickt uns ein paar Dollar per PayPal und wir schreiben auf ein Schild, was wir wollen, was ihr wollt für das Geld und wir tanzen dann dazu und schicken euch ein lustiges Video davon und er hat denen gesagt, ja schreibt da mal drauf, Death to all Jews und dann haben die das gemacht und dann hat er das Video verbreitet. Das hat aber, er hat vorher auch schon mit, mit rechtsradikaler Symbolik gearbeitet, so ein bisschen ist das wie diese ganze Dorian-Impf-Bubble, wo man sich aus so einer gewissen Langeweile zwischen den irgendwie Online-Rollenspielen was spüren möchte und sich dann so ein edgy Humor reinzieht, das Ganze dann so halb-pseudo-aufklärerisch, die Grenzen verschwimmen so ein bisschen zwischen finde ich Nazis wirklich geil oder mache ich einfach nur halb-ironisch irgendwie SS-Runen, tödere ich mir ins Gesicht. Das ist so ein bisschen, aus dieser Richtung kommt das und allein das anzutriggern als Attentäter und danach dann 50 Menschen kaltblütig abzuknallen, es sind wahrscheinlich jetzt schon viel mehr Tote, die da irgendwie aufgetürmt wurden, dann sich aus dieser Internet-Bubble heraus diese Referenzen zu wählen, daher zu kommen, selbst einen Twitter-Account zu haben, der so aussieht, wie in diesen Kreisen sich aufzuhalten. Ich weiß nicht so genau, in Deutschland gibt es das Phänomen, gerade das habe ich letzte Woche gelesen, irgendwelche anonymen Internet-Trolle schicken E-Mails an staatliche Institutionen und sagen, wir haben hier eine Bombe, wir sind ein NSU 2.0, wir sind ein nationalsozialistischer Untergrund 2.0, dann werden irgendwelche Staatsanwaltschaften, Gerichtsgebäude, Amtsgebäude geräumt, es gibt Rechtsanwälte, die sich gegen Rechts einsetzen, die bedroht werden aus dieser Richtung, wo man Polizisten irgendwie in Frankfurt ausfindig gemacht hat, die wohl dahinter stecken sollen, dann gab es aber auch Nachahmer, Täter, die das auch gemacht haben, diese Täter sind untereinander vernetzt, die kennen sich, es gibt einen Code, denen die sprechen, den man verstehen kann, der sehr einfach zu verstehen ist, Strafverfolgungsbehörden müssen da nur hingucken, das ist alles offen im Netz, diese Typen gibt es bei Twitter und die Grenzen sind fließend zwischen ich bin wirklich gewaltbereit, ich fange an, diese Grenze zur Tat zu überschreiten und es ist nicht mehr so viel Menschenverachtung, ob du nun quasi rumläufst und keine Ahnung, irgendwie Leute dockst, das ist der erste Schritt, nach draußen zu gehen oder dann dich heimlich nicht darüber freust, aber zumindest dir ins Fäustchen kicherst, öffentlich oder nicht öffentlich, dass so ein Typ da so eine Tat begräbt, das ist wirklich, es ist jetzt einfach Auch noch makaber, heute ist der zehnte Tag, Jahrestag von Winneddon, von diesem Amokläufer, das ist auch gewesen. Ja, das war vor zehn Jahren, ich meine, heute wäre der Typ wahrscheinlich auch vernetzt in dieser Bubble, wie beim islamischen Terror, das Internet ist ein toller Ort für Leute, die alleine sind, die asozial sind, die nichts können und die niemanden haben. die gerne stumpf sind und auch gerne einfach nur rumpöbeln wollen. die sich bei Live, die nicht, bei denen nicht mehr mehr Pornos funktionieren, die irgendwelche Snuff-Videos sich angucken müssen, um mal noch einen hochzubekommen. Und dann verknüpfen die das mit einer Ideologie und werden dann zu Tätern. Und es sind genauso Leute, Täter, die nicht selbst die Maschinenpistole in die Hand nehmen, sondern das Ganze vorbereiten, Leute triggern, die das Ganze ideologisch verpacken, die behaupten, es gäbe etwas wie eine kulturelle Invasion, die irgendwelche Pseudo-Intellektuellen oder Pseudo-wissenschaftlichen Theorien schaffen, damit Leute sich auf irgendwas, was nach Wirklichkeit klingt, berufen können bei ihrem Wahnsinn. Das ist alles exakt das Gleiche wie bei islamischen Terror. Ja, und das Wahnsinnige ist, dass diese ganzen Videos, die die drehen, jeder gesunde Menschenverstand, jeder, der sich das anschaut, weiß einfach, dass das einfach alles scheiße ist und menschenverachtender Trotz ist und da auch kein Fundament hinter steckt, sondern nur irgendwas hochgeschürt wird und irgendwie die Köpfe noch weiter irgendwie heiß gemacht werden, damit man sich noch wütender fühlt und sich noch mehr Bestätigung fühlt. Unter den Verlorenen findet man so Videos und sieht das als Bestätigung an, dass man nicht alleine ist mit seinem ganzen kranken Scheiß im Kopf. Ich weiß nicht, wie wir diese Menschen retten können. Ich weiß auch nicht, was man tun kann, außer einfach ein guter Mensch zu sein und irgendwie als Zeichen zu setzen und auch darüber natürlich zu reden, trotzdem den Leuten auch kein Gehör zu bieten. Und ich finde auch, also kein Gehör. Ich weiß noch, damals beim Bataclan haben wir hinterher gesagt, Sozialarbeit, Sozialarbeit, Sozialarbeit und das ist es eigentlich auch, Leute rausholen aus diesen sozialen Isolationen, in denen die sich befinden, ob du nun islamistischer Terrorist bist und alleine bist und asozial und halb psychisch krank, auch das ist ja dann immer so. Das sind Leute, die sind teilweise in Frankreich geboren, haben keinen Anschluss gefunden an die Gesellschaft und finden dann Anschluss bei Leuten, die sich die Hände reiben und die instrumentalisieren für ihren Wahnsinn. Und instrumentalisieren geht auch, indem man nicht direkt aufgefordert wird, etwas zu tun, sondern indem man mit irgendwelchen durchgeknallten Ideologien indoktriniert wird und dann irgendwann selber denkt, ich muss das machen, auch das ist Instrumentalisierung für andere Zwecke, für politische Zwecke und die einzige Reaktion darauf kann sein, dass man die Leute, die das befördern und die dahinter stehen und sogar, es reicht schon, die das nicht sofort verurteilen und nicht sofort sagen, dass es da absolut gar keine Rechtfertigung für gibt und die sich nicht nur sagen, sondern auch in ihrem Handeln, in ihrem politischen und in ihrem menschlichen Handeln dafür stehen, dass man darauf hinarbeiten muss, dass Menschen nur mal einfach, wir sind einfach, egal woran du glaubst, selbst als Atheist oder als Agnostiker wirst du da zum religiösen Mensch, dass du sagst, wenn der Kern von Religion ist, Respekt vor Leben zu haben, meinetwegen geschenkt, dann sind wir alle eins, weißt du so, ja, Respekt vor Menschlichkeit und vor Menschen. Kann ich gleich mal kurz, vielleicht ein bisschen leichteres Thema, das wir gleich nach der Pause nochmal anstellen können. Ja, Entschuldigung. Nein, nein, aber es ist ja immer passiert so. Ich unterschreibe das alles, ich würde da jetzt auch gerne noch was zu sagen, aber du bringst das alles sehr gut auf den Punkt und es ist nun mal so, man kann nichts anderes tun, was heißt nichts anderes, man kann nur was tun und man kann nur irgendwie dagegen sein und man kann das auch nur irgendwie zeigen und das ist auch wichtig und ein Grund, warum ich tatsächlich noch Kirchensteuer zahle, ist genau das, dass ich glaube, dass es immer noch besser und immer noch gut ist, wenn man an irgendwas, also können wir gleich mal danach reden, sammle ich noch meine Worte. Ja, ich weiß, was du meinst. Weißt, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Ich will ficken und machen, was ich will und zum Ausgleich zeige ich Kirchensteuer. Nee, so ist es nicht. Nee, so ist es nicht. Alles das, ich packe von Florence and the Machine, die neue Single mal auf die Playstation, Moderation heißt die. Super Song. Ich packe auch noch den großen alten Hits, Doc Days are Over mit drauf. Zwei Songs, weil Florence and the Machine sollte man kennen, sollte man hören und ist mega. Und jetzt, um die Widersprüchlichkeit der Welt immer richtig so richtig schön, um zu zeigen, dass es keinen Ausweg gibt aus der Widersprüchlichkeit und alles zusammenhängt und man kommt dann nur raus, wenn man gemeinsam irgendwie was findet. Packst du jetzt Freibild auf die Liste? Nein, packe ich jetzt, packe ich jetzt von Michael Jackson Hear the World auf die Fidi und Bumsi Playlist und dann, dazu muss man sich mal verhalten. Weißt du, da siehst du, Songs sind größer als ihre Künstler. Ja, ohne Scheiß. Die Message ist größer als der Künstler. Der Künstler ist auch nur getriebener von Dingen, die er nicht beeinflussen kann, von seiner Vergangenheit. Hat auch viel Schuld auf sich geladen. Und eine Sache, die ich noch ganz kurz abschließend zu dem Thema sagen muss, ich weiß, hier hören viele Leute von der Polizei zu Strafverfolgungsbehörden, Rechtsanwälte, Leute, die sich im Internet damit auskennen. Weißt du, diese ganzen Codes von diesen Ideologien und diesen Ideologen und von Rechtsextremisten, all das liegt offen da. Das ist alles da. Man weiß, dass es das gibt in unserer Sprache. Man kennt die Leute. Man muss sich das nur anschauen. Man muss nur sehen, dass es das gibt. Und die Muster sind die gleichen wie beim islamischen Terror. Ich fände es blöd, wenn man jetzt quasi irgendwelche Anschläge nicht verhindern kann, weil man sich nicht darum kümmert, mal in die Foren zu gehen, mal da drauf zu gucken. Ich weiß noch, es gab so einen Typ, der hat mal irgendwie in Köln-Chorweiler hat so irgendwie Rizinensamen sich bestellt. So ein islamischer Terrorist hat das in irgendeinem Online-Forum quasi, wollte irgendwie Giftgas herstellen. Und das hat die Polizei nicht rausbekommen. Niemand wusste, keiner hatte Ahnung davon, bis irgendwie ein amerikanischer Geheimdienst dann Leute draufgebracht hat. Das muss ja so weit nicht kommen. Hallo? Hier ist der Marlon vom Kinder-Yoga-Café Merlin am Prenzlauer Berg. Wir laden alle Zuhörer von Fest und Flauschig zum kostenlosen Bellydancing-Schnuppertanzkurs in unsere gemütlichen Räume ein. Ja, Body Positivity wird in diesen Tagen groß geschrieben. Und darum geht's auch bei uns erst ab 100 Kilo aufwärts so richtig los. Kommt vorbei, bringt von zu Hause vorgekochtes Essen mit und lasst uns gemeinsam speisen und später dann die Kurven kreisen. Hehehehe. Zur Begrüßung gibt es einen kostenlosen Smoothie und selbstgebackenes Baklava von der Bäckerei nebenan. Kommt alle vorbei, wir freuen uns auf euch. Der Marlon. Fest und Flauschig, das ist der große Podcast-Spaß für die ganze Familie. Hey. Was heavy locked diese Woche. Wieder was heavy locked. Was heavy locked diese Woche. Der Titel unserer Sendung heute, haben wir noch gar nicht gesagt, ist Rund um die Frau. Na? Rund um die Frau ist das Thema heute. Das ist richtig. Das ist catchy. Das zieht die Leute rein. Auch wenn wir überhaupt nicht das heute thematisieren, rund um die Frau. Nee, aber das ist eine Mogelpackung. Ja, es ist eine Mogelpackung und es ist ein Modewort rund um die Frau. Also Frau ist ein Modewort, finde ich. Frau ist ein Modewort. Sehr gut, schreibe ich mir. Das ist ein sehr guter Satz. Frau ist ein Modewort. Frau ist ein Modewort wie Bio. Wie Bio ist auch so ein Modewort. Ich glaube auch Frau wird vielleicht das Wort des Jahres 2019. Meinst du? Weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, ich glaube Fridays for Future hat ganz viel Potenzial, der Anglizismus des Jahres zu werden. Es war wieder Demo. Ich sehe gerade hier die Bilder. In Köln auf dem Neumarkt zum Beispiel ist alles voll gerade. In Berlin, da hinten in der Naturstraße, am Hauptbahnhof in der Nähe wird demonstriert. Viele Schüler auf der Straße und protestieren für eine bessere, klimagerechtere Politik. Und ich habe vorhin von einer Journalistin vom SZ etwas sehr Schönes gelesen. Das würde ich auch sagen. Evelyn Roll schreibt nämlich, der politische Urknall einer Generation. Nichts wird für die heute Streikenden und für die Politik in ihren Ländern jemals wieder so sein wie davor. Stell dir mal vor, wir hätten damals, als wir 12, 13, 11 oder sowas waren, irgendeinen politischen Anlass gehabt, weswegen wir so motiviert gewesen wären, eine Demo zu machen, dass wir jeden Freitag uns diesen Hustle gegeben hätten mit unseren Eltern und mit unseren Lehrern auszudiskutieren, warum wir heute nicht zur Schule kommen, sondern demonstrieren gehen in der Innenstadt. Das ist schon, das stimmt schon, das gab es bei uns echt nicht. Also es gab halt mal so Gewerkschaftsdemos oder dass man irgendwie die Lehrer haben gesagt, Schüler, wir nehmen euch mal mit, weil wir werden schlecht bezahlt. Habt ihr nicht gegen Krieg, Irakkrieg damals demonstriert und so in der Schule? Ich weiß, ich war mal bei einer Veranstaltung gegen den damaligen Innenminister Manfred Kanter, da war ich auch schon so 15 oder sowas, oder 16. Das war bei der Wahl als Helmut Kohls, bei Helmut Kohls letzter Wahl, 1998. Da durfte ich noch nicht wählen. Du hast ja damals gewählt. Schröder konntest und ich durfte damals noch nicht wählen und ich war hoch, ich kannte keinen anderen Kanzler als Helmut Kohl und war so abgefuckt davon und hab gesagt, okay, jetzt gucke ich mir alles, Manfred Kanter war damals Innenminister. Da war ich, als Schüler weiß ich nicht, ich war mal bei einer Gegendemo bei Neonazis, bei einem Neonazi-Aufmarsch im Fegesack. Ich war schon in den 80ern war ich schon auf Demos, ja, tatsächlich. Daniel, wann war ich das letzte Mal auf der Demo? Daniel, wann war das mit der Demo nochmal? Wo wir so geil angezogen waren, wo wir so geile Klamotten hatten? Und die Fotos sind erfunden worden. Und das Geile ist wahrscheinlich, wüsste Nadl, so eine Nadl. Ja, Dieter, ich hab hier die Fotos noch im Ordner, die Erzählungsausrede. Zwei Minuten später würde Nadl mit den Fotos reinkommen in den Raum, in den Raum, in die da das Interview macht. Und ein warmes Bier, ein kalten Bierchen. Meinst du, manchmal rollt sich Dieter noch im Bett und denkt, scheiße, hätte ich das mit Nadl damals Lust. Nein, der hat Carina, das ist perfekt. Carina ist nämlich dreimal schlauer, die macht noch Management nebenbei und hält die Kamera für Instagram. Mit anderen Worten, sie kann Instagram. Sie macht Management, sie kann Instagram. Carina ist Nadl 3.0. Die ist, da ist quasi, das ist wirklich, das ist ganz was Neues. Die übrigens war, ich mach mal ganz kurz meine Massagematte hier wieder an. Ich lass mir mal schwennen. Das sieht so komisch aus, das müsst ihr mal sehen. Jan hat diese komische, die sieht aus wie zwei kleine Hände, die in so einem Sack sind und jetzt immer an Jan rum. Ist auch made in Taiwan. Kann auch sein, dass da zwei so kleine Taiwanesen eingeneht sind, die mit so Stromschocks hier über die Fernbedienung dazu animiert werden, mir den Rücken durchzuknemen. Wäre mir aber egal. Wäre mir egal. Wenn die Maschine kaputt ist und dann die kleinen Asiaten verhungert, dann muss man da zwei neue reintun. Ich wollte mal was ganz anderes sagen, bevor ich es vergesse. Es gibt einen tollen Podcast, den ich regelmäßig gehört habe. Gestern ist die letzte Folge rausgekommen von Faking Hitler. Die Geschichte, die abstruse Geschichte der Hitler-Tagebücher, der Gefälschten, von Konrad Kujau, dem Fälscher, der damals den Heidemann, heißt er glaube ich, dem Sternjournalisten übers Ohr gehauen hat. Wie sagt man so schön? Er hat ihn abgezogen, er hat ihn verarscht. Durch die Hose gezogen. Durch die Hose gezogen. Und zwar die Frage ist, hat das wirklich oder wusste der Heidemann das damals alles? Ich glaube, der wusste das alles. Es ist jedenfalls sehr, sehr schön aufbereitet. Nils Bokelberg hat, glaube ich, Buch geführt, hat da, glaube ich, Regie gemacht oder ähnliches. Ich weiß es nicht ganz genau. Sein Name fällt jedenfalls. Er hat damit zu tun und es ist wirklich hervorragend aufgearbeitet. Vor allem, weil die gesamten Telefonate zwischen dem Heidemann und Kujau alle mitgeschnitten worden sind von dem Journalisten und die teilweise in schlechter Qualität, aber sehr gut. Also es ist einfach ein schönes Zeitdokument und es ist wirklich sehr umfangreich aufgearbeitet. Kann ich jedem nur empfehlen, die meisten kennen. Ihr seid ja alles Podcast-Freaks. Ich kriege ja kaum was mit. Ich höre kaum Podcasts, aber den habe ich mir angehört und den finde ich sehr, sehr gut. Ja, wobei ich ohnehin glaube, die Zukunft des Podcastings einfach geiler Content raushauen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das so zielführend ist, weiter so rumzuplerren, so Podcast-mäßig. Ich finde auch, wenn man was zu erzählen hat, was Neues ist, deswegen höre ich so gerne Zeitverbrechen zum Beispiel. Das Hitler-Ding habe ich auch schon auf der Liste. Ich hatte diese Woche leider keine Zeit, weil ich tatsächlich gerade Wieb gucke. Die Serie mit Julia Roberts, Drive-Russ, Wieb, die bei Seinfeld mitgespielt hat. Ist die gute Serie? Ja, ich war bei HBO Now, nachdem ich die Michael Jackson-Doku geguckt habe, habe gedacht, was kann ich jetzt noch gucken, morgens um vier, um wieder gut drauf zu kommen und habe dann mit Wieb angefangen. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr lustige, sehr schön geschriebene, schlaue Serie. Und was ich diese Woche auch gesehen habe, auch zum Thema Dinge, von denen man nicht so viel wusste oder ein schönes Zeitdokument, der Film Weiß, hier kommt der Name Adam McKay wieder ins Spiel, der hat auch The Big Short gemacht, produziert ist der Film von Will Ferrell und ich glaube Brad Pitt macht auch mit. Adam McKay ist ein guter Freund von Will Ferrell, hat auch die ganze Ruhe. Das habe ich alles noch nicht gesehen, Jan. Du haust hier ein Ding nach dem anderen raus. Aber Weiß ist wirklich, weil es nämlich auch ein Vizepräsident der Vereinigten Staaten ist, in Weep spielt Julia Louis-Dreyfus die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika. Der echte Präsident ist nie zu sehen. Man läuft quasi mit ihrem Team immer rum. Es ist wirklich sehr lustig. Und bei Weiß wird die Geschichte erzählt von Dick Cheney, dem Vizepräsidenten unter George W. Bush, der eigentlich so was wie der Puppenspieler von George W. Bush war. Gespielt wird Dick Cheney von Christian Bale und es ist wirklich unfassbar, unfassbar gut. Dieser ganze Film ist wirklich richtig gut. Und ich habe mir sagen lassen von einem Filmexperten aus unserer Redaktion, dass anders als bei The Big Short, wo Adam McKay den Film so zusammen montiert hat, im Schnittraum, weil er kam mit dem Drehmaterial rein und dachte so, fuck, wie kann ich daraus einen geilen Film machen und er improvisieren musste, er diese Form, die er damals bei The Big Short gewählt hat, also eher non-linear zu erzählen und so ein bisschen weirder das Ganze anzugehen, bei diesem Film, bei Weiß, die es mal von vornherein geplant hat und das ist trotzdem ein ganz reizvoller Film, super Film, macht echt Spaß zu gucken, Christian Bale, gigantisch gut, auch deswegen, weil das nicht eine Parodie ist, also der ist nicht, das ist wirklich echt ein richtig, richtig guter Film. Adam McKay ist der Regisseur und warte mal ganz kurz, nochmal ganz kurz zum Cast, Sam Rockwell spielt, spielt, George W. Bush und zwar wirklich immer kurz vor Parodie hält das an, das ist nie überzeichnet, es ist wirklich geil, wie er das macht, dass du nicht die ganze Zeit daneben sitzt und denkst, das wird George W. Bush veralbert, das ist schon serious so, Amy Adams spielt Lynn Chaney und Steve Carell spielt Donald Rumsfeld, den langjährigen Weggefährten von Dick Chaney und den späteren Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten, also wirklich ein ganz toller Film. Okay, muss ich auch erst notieren, jetzt schaue ich mir an. 3,4 von 5 Sternchen bei Filmstarts, Kino.de sagt 4 von 5, Kinozeit sagt 3,7 von 5, es ist journalistisch, ich sage mal, ich würde mich darauf verlassen, dass alles wirklich genau so war, weil der Mut maßt halt viel oder fiktionalisiert Dinge, die man nicht genau weiß, innerhalb der Karriere von Dick Chaney, vom Vizepräsidenten und deswegen, also wenn man die Wahrheit sucht, ist es vielleicht nicht der richtige Film, aber man kann sich das durchaus vorstellen, dass es so war. Ja, schaue ich mir an, dann können wir nochmal, dann mache ich auch nochmal eine Review. Was, wann guckst du das eigentlich alles? Du, zwischendrin, wenn der Sex langweilig ist. Wenn das, ja, aber du bist ja in Berlin, ist man eigentlich, ist wenn du... Nani macht, dass der Sex spannender wird! Nani! Nani, ich mache mir was geiles an, an den Mund irgendwie. Was hatte ich denn jetzt gerade noch auf dem Zettel, was ich noch unbedingt loswerden wollte? Karina und Dieter waren in Moskau und Dieter hat einen Auftritt, in Russland hält man ihm die Treue. Ja, und weißt du was, die Bild-Zeitung hat damit geworben, Modern Talking kehrt zurück, mit einem Foto mit Thomas Anders und Dieter Bohlen und einen Tag später dann, deswegen lässt Dieter Bohlen Modern Talking aufleben und Thomas Anders hat sich mit dem Anwalt, glaube ich, eingeschaltet, weil es wurde mit falschen Namen geworben, mit falschen Bildern, weil es ist Dieter Bohlen alleine und Dieter Bohlen, der kann nämlich nur singen, der kann nicht so singen wie Thomas Anders. Ich habe keine Ahnung, was er da macht, wahrscheinlich holt er sich einen anderen Sanger auf die Bühne. Es ist ein Konzert, das findet hier in Berlin statt, nicht weit von mir entfernt, ich glaube hier in der Wuhlheide oder wo spielt denn der? Der spielt ein Konzert in Berlin. Wollen wir da hin zu Dieter Bohlen? Nee, der ist in der Zitadelle, in der Zitadelle in Spandau, dass das überhaupt erlaubt ist, von Lemmy waren gespielt und jetzt kommt Dieter Bohlen. Johnny Depp hat da auch gespielt. Johnny Depp wurde ja von seiner Frau geschlagen. Ja, genau. Alle großen Männer wurden von ihrer Frau geschlagen. Genau, das ist so, alle großen Männer werden von ihren Frauen geschlagen, außer Dieter Bohlen, deswegen ist es kein großer Mann, weil der hat seine Frauen geschlagen. Obwohl, das weiß man nicht. Weiß man, nee, oh, Vorsicht, weuuu, 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 Weißt du, was ich übrigens auch wahnsinnig erstaunlich finde, was ich gehört habe schon wieder? Was ist aus Bushido geworden nach diesen ganzen Schlagzeilen, die gerade waren? Bushido hat hier Arafat und seinen neuen Schutzpatron auch schon wieder verraten. Ich habe gehört, der hat sich zurückgezogen und produziert gerade eine Netflix-Serie, die genau wahrscheinlich das aktuelle Geschehen, was in seinem Leben stattfindet, dokumentiert. Und ich bin mir sicher, die kommt noch dieses Jahr raus, das wird eine fette Bushido, eine sechsteilige, achtteilige Dokumentation und das wird aber auch wieder so sehr seriös, weil er hat ja irgendwelche Leute gehört, weil es ist natürlich auch wieder Dokumentationsgold, jetzt eine Doku zu machen, wo er natürlich auch sagen, nochmal genau seinen Werdegang erzählen wird und was für Scheiße er gefressen hat und wie hart das war mit dem Arafat, zwölf Jahre, weil er wollte eigentlich nie mit Gangstern arbeiten und dann wird diese Dokumentation ihn nochmal wieder heilig sprechen, weil auch da muss man sagen, auch eine Frage, die man sich bei der Michael-Jackson-Dokumentation stellt, so eine Dokumentation mit der untergelegten Musik und so, das macht alles was mit dir, wie sehr will man eigentlich, dass das alles nicht einfach sachlich aufgearbeitet wird, also bei Michael-Jackson, okay, ich springe jetzt wieder, aber bei Bushido bin ich mir sicher, das wird eine Dokumentation, die ihn rausholen wird, die wird dafür sorgen, dass er dann doch wieder ins gutbürgerliche Deutschland zurückkehrt und raus aus der Rotlicht und Unterwelt. Ja, die Frage ist, kann er sich in Berlin noch so bewegen, das ist ja das Ding, ich glaube, es geht gar nicht, dass er da raus, ich glaube, er ist schon raus, das Problem ist halt, wann kann er alleine durch die Fußgängerzone und Spandau laufen. Ich habe gehört, da wohnen zu Untermiete bei Günter Jauch in Potsdam, weil da kann dir nichts passieren, also wenn er da wohnen würde. Im Panic Room, im Panic Room von Günter Jauch. Genau. Günter Jauch geht immer in Panic Room, wenn der Kontostort unter 50 Millionen geht, dann muss Günter Jauch erstmal in Panic Room in eine Tüte atmen und deswegen hat er einen ganz großen Panic Room, die ganze Wohnung ist ein einziger Panic Room. Ich möchte gerne, dass diese Sendung heißt im Panic Room von Günter Jauch, wir müssen den Titel auch immer ändern. Ja, dann ist der Titel hier nochmal offiziell geändert. Ich möchte nochmal ganz kurz eine Information zum Thema Vollplayback, weil mir es eben einfiel, Dieter Bohl wird natürlich Vollplayback in Moskau gemacht haben und auch in der Zitadelle Spandau wird er natürlich nicht so bescheuert sein zu singen, sondern der hat einfach einen, der dafür ihn singt und der macht irgendwie so zweimal Piepser ins Mikrofon live. Ansonsten ist das Vollplayback. Habe ich diese Woche nämlich die Bandgeschichte der Vengaboys mir durchgelesen und da ist ein sehr bemerkenswerter Satz mit drin in der, in der, unter dem Abschnitt Wirken bei Wikipedia. Erfolge hatte die Gruppe Vengaboys, vor allen Dingen in Europa. Insbesondere in den Niederlanden, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Spanien. Mit Boom, Boom, Boom We are going to Ibiza und We like to party the Vengabus erzielten sie Nummer 1 Hits. Und jetzt kommt's, alle Auftritte erfolgten ohne Band und mit Vollplayback. Dass das nicht immer so ein Satz ist, den man auch einfach auf so einer Künstleragenturseite mit draufschreibt, machen Sie sich keine Sorgen, alle Auftritte erfolgen ohne Band und mit Vollplayback. Als Werbung, keine Sorge, die Band fängt nicht an zu jammen, die Lieder sind genauso lang wie auf CD. Und die werden auch in der gleichen Reihenfolge abgespielt. Olli Schulz, alle Auftritte erfolgen ohne Band und mit Vollplayback. Genau. Also Konzert geht genauso lange wie die letzte CD. 74 Minuten. 29 Minuten. Und Abuzus gibt dann auch so ein bisschen nur den Track. Der kaltblütige Manager machen sich keine Sorgen, bei meinem Künstler, alle Auftritte erfolgen ohne Band und mit Vollplayback. Aber das ist die Trauer, das finde ich halt auch ein bisschen traurig, dass immer mehr große Produktionen, ich bin, ich hab's bei Florence in so Maschinen gemerkt, die hat natürlich live gespielt und hat eine fantastische Band dabei. Allerdings war mir das, wie gesagt, ein Ticken zu groß, weil ich hab die zweimal vorgesehen, beim ersten Mal haben alle geweint im Publikum, als ich die gesehen hab. Es war trotzdem ein tolles Konzert, aber dass irgendwie alle möglichen Bands irgendwann anfangen, sich so Unterstützung zu holen, die vom Band kommt. Dass auch immer Bands zum Beispiel mit Klicktracks spielen. Das heißt, da läuft ein Klick auf dem Schlagzeug das Ohr mit und dann spielt er genau on point. Bei manchen Produktionen ist das vielleicht wichtig bei mancher Musik, aber ich finde eine Band, die komplett live spielt, das ist immer noch unschlagbar. Und ich muss jetzt auch, ich will auch gar nicht drüber reden, meine Tour ist nämlich schon ausverkauft, ich gehe im Mai auf Tour. Aber, nein, aber das müssen wir über was Künstlerisch reden. Worauf ich mich wirklich freue, ist jeden Abend auf die Bühne nur Gitarre, nur ich, und ich hab nicht... Keine Band, nur ich und mein Vollplayback. Nur ich und mein Vollplayback, das Vollplayback-Theater von Olli Schulz. Nee, aber einfach nur Gitarre und einfach auf die Bühne gehen, das hab ich, ich hab mal nachgerechnet, seit 2013, 14 hab ich keine richtige Solo-Tour mehr gemacht und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich war doch in einer Live-Musical war ich mal bei dir beim Konzert. Da war ich auch mit Band da. Du warst noch nie da, wenn ich ganz alleine gespielt hab. Das ist natürlich noch mal ganz radikal, weil ich dann auch wirklich manchmal Songs abbreche, wenn sie mir zu langweilig sind oder auch jamme oder auch mal nur 20 Minuten rede und diese Shows einfach so gestalte, wie ich mich an dem Abend fühle und da freu ich mich sehr drauf. Wie gesagt, es ist keine Werbung, ist schon ausverkauft. Vielen Dank, dass ihr alle zur Tour kommt, die, die kommen. Ich glaub da trotzdem, dass das... Was sind das für Venues? Also wo würden das... Auch hier... Im RBB-Sendesaal und in Hamburg spiel ich in der Kampnagel und in Bremen leider in einem sehr kleinen Laden, wo im Schlachthof, da passen nur 430 Leute rein. Ey, aber in der Schlachthof kommen. Ich lieb das im Schlachthof und ich hab da auch früher schon ganz oft gespielt, also öfter gespielt und... Im großen Saal passen nur 400 Leute rein? Ja, es ist alles bestuhlt, weil es ist keine... es werden keine Konzerte, wenn ich damit alleine Ja, es ist alles bestuhlt und es soll so ein bisschen ganz ehrlich, der Spirit, den ich damals hatte, als ich auf die Bühne gegangen bin, war... Ich hab schon 10 Jahre zu Hause auf dem Sofa in meiner WG Musik gemacht, also immer, wenn Leute zu Besuch bei meinem Mitbewohnern bin ich einfach ins Zimmer und hab Gitarre gespielt auf dem Sofa und so bin ich eigentlich Musiker ein bisschen geworden und dieses Konzept hab ich auch auf der Bühne weiter vertreten. Die Leute sitzen da und ich spiel denen einfach was vor und die müssen zuhören. Das ist alles, was ich will. Das macht mir Spaß. Ja. Nein, Will! Nein, Will! Ich spiel dir was vor! Komm mal! Bring meine Freundin mit, ich hab Bock auf den Scherz! Scherz, lady! Hit, did, 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 did. Das ist... Dieter Bohlen hat wirklich Sachen, Songs geschrieben. Ey. Man hasst den irgendwie... Sorry, ganz gut. Ich weiß, die Sendung... Dieter Bohlen hasst den und man liebt den auch. Ich will jetzt nicht, ich genau, ich will jetzt nicht, dass die Sendung zu lang wird, aber dass diese Woche Capital Bra sich mit Dieter Bohlen erst angelegt hat, weil Dieter Bohlen gesagt hat, er hat gar... Capital Bra, das ist dieser neue Erfolg von diesen neuen Rappern, die haben gar keine Kohle, die sitzen an ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung und Capital Bra das dann so getriggert hat, dass er erst mal seine Kinder vor die Kamera geholt hat und gezeigt hat, dass er draußen einen echten Maybach vor der Tür oder Rolls Royce stehen hat, einen Phantom oder sowas und gar keine Zwei-Zimmer-Wohnung, sondern eine Zwei-Etagen-Wohnung. Das ist schon interessant, ist das... dass es noch so getriggert wird da, bei jemandem, der so erfolgreich ist wie Capital Bra, der wirklich ein Top-Künstler ist. Ja, der ist so erfolgreich, weil die alle... die ziehen den ganzen... Ey, ganz ehrlich, diese ganzen Hip-Hopper ziehen allen Kindern das Geld aus der Tasche. Das ist so, also beziehungsweise das Geld der Eltern meistens. Das ist einfach das Größte. Du kannst die Kids alle so irgendwie abziehen und die werden so schnell reich damit. Ich habe das gerade gesehen, so Live-Aufnahmen von hier, ich glaube Bones und Raff und so. Super erfolgreich, auch alles gegönnt und so. Aber das sind alles 12- bis 16-Jährige auf dem Konzert. Und ganz vorne ist ein harter Moshpit mit 17-, 18-Jährigen Assis. Es ist wirklich krass, was für eine Geldmaschine. Das ist auch völlig in Ordnung. Es ist nur eine reine Analyse, nur eine Sichtweise. Und die kriegen halt, die haben wahnsinnig viel Geld, weil die Kids, für die sind das alles Role-Models. Ich habe neulich auch vorgestern auf dem Konzert bei Lina Larissa Strahl so einen Typ, ich dachte, ey, der Kartenabreißer, das ist ja Kollegah. Nein, das war ein Typ, der original 1 zu 1 aussah wie er, weil der absolut den gleichen Style, gepumpt, die gleiche Kette. Und dann auch so dieses Shirt von Alpha-Shirt oder so und den Bart. 1 zu 1. Das sind die Role-Models, das sind die Superstars, die Kids. Aber Kolle hat sich auch mit Dieter Bohlen hier, die schreiben sich bei Instagram immer Sachen unter die Bilder und so. Ja, weil das geht darum, Leute, die es geschafft haben, da ist es auch egal, was für ein Kunst, also in den Bereichen, egal in welcher Kunst du dich bewegst, Hauptsache du hast Geld, fährst in Meilbach und dann seid ihr eine Liga, dann gehört ihr alle zusammen, dann seid ihr irgendwie, dass man sich eigentlich dafür verachtet hat, dass der eine richtige Scheißmocke macht, also Dieter Bohlen in diesem Fall. Das ist dann auch egal, weil man ist hier irgendwo angekommen, Establishment und dann muss man da auch Buddy, hier Schulterschüsse. Geld verbindet, Geld verbindet. Geld verbindet, so ist das. Geld verbindet und fest und flauschig verbindet. Ich höre gerade unsere Abschiedsmusik. Oh, ich höre sie auch, das gibt es doch gar nicht. Ich knabber nochmal schnell einen Kinderriegel, der hier schon sehr lange liegt, aber Kinderriegel werden nicht schlecht. Übrigens, das ist eine ganz frivole Idee, wieder aus der Snack-Abteilung. Ich habe einen Kinderriegel gesehen mit dunkler Schokolade. Es gibt eine Sonderedition, dunkle Schokolade-Kinderriegel. Ja, ich weiß, ich sehe gerade, wo du den Nudelsalat vom Fleischhaut aufmachst, oder was ist das? Nee, nee, nee. Weißt du, was ich jetzt gerade aufmache? Was ist das? Weiß, was ich jetzt gleich mache? Ich habe kürzlich in Berlin, ich fahre gleich nach, ich laufe gleich runter zu einem richtig leckeren Fleischhaut. Dann gibt es ein leckeres Bulettenbrötchen, wie das hier heißt. Bulette mit Senf und schönen Laufhaben und so einen geilen Nudelsalat auf Mayo-Basis. Pfeife ich mir rein. Und hier, Ferrero auf jeden Fall, es gibt jetzt dunkle Kinderriegel. Keine Werbung, gibt auch andere Firmen. Duplo Milchcreme, kennst du Duplo Milchcreme schon? Finde ich scheiße. Finde ich scheiße. Ja, ich finde voll gut. Ja, finde ich scheiße. Ein Instagram-Account, den ich vielleicht mal ganz kurz, warte mal, wie heißt der nochmal? Junkfood, ich glaube, Junkfood bei Instagram. Die Storys sind geht so, aber der fotografiert immer die neuesten. Junkfood-Guru. Junkfood-Guru, Storys sind geht so, aber der hat wirklich die geilsten hier. Zum Beispiel Monte, Fan Edition, Monte White. Der hat so, das gibt wirklich so geile Sachen. M&Ms, Bounty, Twix und Kekse. Und die kann man da bestellen? Nein, der findet die einfach. Oder Philadelphia Oreo-Mousse. Aber, oder die Alfredo Pizza. Der erfindet die. Der erfindet die. Gib mal ein, gib mal ein, Instagram-Junkfood-Guru. Mh, das gucke ich mir mit ganzer Ruhe an. Nee, guck mal, gib mal ein, das allein der, allein der, hast du einen Rechner vor dir? Mh. Ah ja, mach mal. Da kann ich stundenlang, ich will nur die Bilder sehen, ich will gar nicht, dass der da irgendwas erzählt oder irgendwelche personellischen Sachen. Er soll nur diese Sachen zeigen. Da ist er, Junkfood-Guru, warte. Guck mal, das erste Bild, Monte White. Oh, Monte White. Und, äh, fest und flauschig verbindet. Ich höre gerade unsere Abschiedsmusik gerade hier. ich höre sie auch, das gibt's doch gar nicht. Ich knabber noch mal schnell einen Kinderriegel, der hier schon sehr lange liegt, aber Kinderriegel werden nicht schlecht. Übrigens, das ist eine ganz frivole Idee, wieder aus der Snack-Abteilung. Ich habe ein Kinderriegel gesehen mit dunkler Schokolade. Es gibt eine Sonderedition, dunkle Schokolade Kinderriegel. Ja, ich weiß, was ich, ich sehe gerade, wo du den Nudelsalat vom Fleischhaut aufmachst, oder was ist das? Nee, nee, nee. Weißt, was ich jetzt gerade aufmache, hier? Was ist das? Weiß, was ich jetzt gleich mache? Mhm. Ich habe kürzlich in Berlin, ich fahre gleich nach, ich laufe gleich runter zu einem richtig leckeren Fleischhaut. Dann gibt's ein leckeres Bulettenbrötchen, wie das hier heißt. Bulette mit Senf und schön lauwarmen und so einen geilen Nudelsalat auf Mayo-Basis. Fahre ich mir rein. Und hier, Ferrero auf jeden Fall, es gibt jetzt, ähm, dunkle Kinderriegel. Keine Werbung, gibt auch andere, gibt auch andere Firmen. Duplo Milchcreme, kennst du Duplo Milchcreme schon? Finde ich scheiße. Finde ich scheiße. Ja, finde ich scheiße. Ja, finde ich scheiße. finde ich scheiße. Ein Instagram-Account, den ich vielleicht mal ganz kurz, warte mal, wie heißt der nochmal? Junk Food, ich glaube, Junk Food bei Instagram. Die Storys sind geht so, aber der fotografiert immer die neuesten. Junk Food Guru. Junk Food Guru, die Storys sind geht so, aber der hat wirklich die geilsten. Hier, zum Beispiel Monte, Fan Edition, Monte White. Der hat so, das gibt wirklich so geile Sachen. M&Ms, Bounty, Twix und Kekse. Und die kann man da bestellen? Nein, der findet die einfach. Oder Philadelphia Oreo Mousse. Aber, oder die Alfredo Pizza. Der findet die. der findet die. Gib mal einen, gib mal einen, Instagram Junk Food Guru. M&M, mach ich gar nicht, das gucke ich mir in ganz Ruhe an. warte mal, guck mal, gib mal ein, allein der, hast du einen Rechner vor dir? Ah ja, mach mal. Da wirst, da kann ich stundenlang, ich will nur die Bilder sehen, ich will gar nicht, dass der da irgendwas erzählt oder irgendwelche personellische Sachen, der soll nur die, diese Sachen zeigen, dass der Junk Food Guru ist. Der Bock ist ja ungefähr in der Mitte, da können wir uns nachher da treffen. Fahren wir mit so einem komischen Coop-Roller durch die Gegend. Freust du dich schon, sag ich, kannst du noch, freust du dich schon auf diese Roller, dass die bei THM erlaubt sind? Meinst du, das wird ein großes... Auf diese Mini-Leim-Roller? Ja, weil diese ganzen zugedröhnten Berliner sich einfach die Haxen brechen werden damit. Ich habe so geile Berichte gelesen. Ich finde ja schon... Da muss kein Kennzeichen dran, aber das wird auf gar keinen Fall gut gehen. Auf gar keinen Fall. In Berlin vor allem nicht. Auf gar keinen Fall. Ich bin gespannt. Auf gar keinen Fall. Nein. Keine Ahnung, in Steglitz kannst du die hinstellen für die Omas. Zum Einkaufen oder sowas. Aber nicht in Berlin. Auf gar keinen Fall. Ich habe so einen Bericht gelesen aus Madrid, wo die Madrid dann irgendwann die Bürger, die Leute da vorne in der Stadt irgendwann gesagt haben, es muss verboten werden. Wir müssen jetzt regulieren. Das sammelt ihr alle wieder ein. Das ist nur Chaos. Ihr reguliert da draußen den Verkehr. Wir regulieren immer noch die Podcast-Zene. Das war fest und flauschig für euch diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hatten... Ja, wir hatten eine gute Zeit. Ja, wir hatten eine super Zeit. Ich hoffe, ihr hattet auch eine super Zeit. Jetzt beginnt die Woche wieder. Bitte passen Sie auf bei allem, was Sie tun. Fangen Sie nicht an, aus Versehen in so eine Netflix-Serie reinzurutschen. Hören Sie auf mit Netflix-Serien. Machen Sie keine Podcasts. Dann kann nichts schief gehen. Dann kommen Sie nicht von der Bahn ab. Genau so ist es. Alles klar. Ich kann noch nicht mehr reden. Ich muss jetzt Bechermüsli essen. Tschüss, Jan. Tschüssi. Tschüss, Olli. Ciao, Leute. Bis nächste Woche. Tschüssi. Schöne Woche. Ciao. Tschaui.